Hallo, ich bin Lee und mit der Zaubertruhe lesen wir heute einige der schönsten Märchen zum Einschlafen und Träumen. Kennst du Lee liest vorher auch schon auf Instagram und Facebook? Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn du in der Beschreibung ganz unten einfach mal auf den Link klickst und vorbeischaust. Der Wetterbusch Hoch im Gebirge, droben, wo die Tannenbäume wachsen und die Flüsse entspringen, lag ein stilles, grünes Tal, die Kerbe, geheißen. Fleißige Leute hatten hier dem Wald ein Parker Feld- und Wiesenland abgenommen. Der rauschende Bach trieb das große, schwarze Rad einer Sägemühle, und bis tief in den Wald hinein konnte man den singenden Ton der Säge hören, die lange Brette aus den mächtigen Tannenbäumen schnitt. Am oberen Ende des Wiesengrundes lag unter dem Schatten der hohen Waldbäume ein kleines Haus. Dichtes Moos wuchs auf dem strohgedeckten Dach und quoll auch zwischen den Fugen des niedrigen Schornsteins weich und dunkelgrün hervor. Im Garten vor dem Häuschen aber erhoben sich schlanke Blütenstängel aus dichtem Blättergrün, und auch hinter den kleinen, viereckigen Fenstern drängte sich Blume an Blume. Denn hier wohnte mit Weib und Kind ein pflanzenkundiger Mann, der Wurzelgräber Peter Latz. Im Frühjahr und Sommer ging der Wurzelpeter mit Frau Gertraut und seinem Knaben Hans an jedem Morgen weit auf die Berge, um heilkräftige Wurzeln und Blätter, die bunten Blüten und wohl auch die zierlichen Samen der Waldgewächse zu suchen und zu sammeln. Andere Arzneipflanzen zog er im Garten und in den Blumentöpfen. Fröhlich sang der frische Bursche neben ihm. Munter blickten die großen Knabenaugen auf das Tun und Treiben der Menschen, und wenn's nicht zu singen und zu schauen gab, dann lauschte Hans den Geschichten, die der Vater von allerlei Waldkräutern und Waldgeistern zu erzählen wusste. Hans ward ein kluges Kind dabei. Als die beiden aber wieder einmal aufwärtswandernd in die Heimat zurückkehrten, fanden sie dort viele fremde Leute vor. Ein reicher Mann hatte sich in der Kerbe ein Haus gebaut, die Sägemühle wurde erweitert, der Wald sollte ringsum abgeschlagen werden. Und schon waren die fremden braunen Arbeiter daran, teilaufwärts eine neue Straße zu bauen, auf der sie das Holz hinabfahren wollten. Frau Gertraud klagte bitter, wie wild und wüst die neuen Nachbarn seien. Ruhe und hart wehren sie gegen Menschen und Tiere, man könne kaum bleiben vor ihrem Fluchen und Drohnen. Namentlich Haus und Garten des Wurzelpeters seien ihn im Wege. Denn sie mussten einen ziemlichen Bogen darum machen. Ach, Frau Gertraud schlug sich die Schürze über den Kopf und weinte und schluchzte. Davon wurde freilich die Sache nicht besser. Der Wurzelpeter merkte bald selber, dass er böse Nachbarschaft bekommen hatte. Zuerst zwar hatte der neue Schneidemüller ihm viel Geld geboten, wenn er ihm seine Hütte, wie es der Fremde nannte, verkaufte. Als aber Peter nicht in den Handel eingewilligt, hatte der reiche Holzhändler ihm höhnisch zugerufen, noch mit dem Bettelsack solle der Wurzelpeter davonziehen. Und wie der Alte den Vater, so höhnte und schimpfte sein Sohn Heino, den armen Hans, wo er dessen irgend ansichtig ward. Ein Glück, dass Hans flinker war als der ungeschlachtete Heino, der ihm gern eins ausgewischt hätte. Weil der schöne Karbenwald schon zum guten Teil abgeholzt war, musste der Pflanzensucher in diesem Jahre weiter als sonst auf die Berge hinauf. Um die Mittagszeit bereitete dann Frau Gertraud über flackerndem Holzfeuer die Mahlzeit mitten im Walde. Das Holz hatte ihr Hans vorher zusammengesucht. Und schön und friedlich war dieses Beisammensein im stillen Walde, durch den im Sonnenstrahle ein würziger Harzduft zog. Eines Tages waren die drei bis zum höchsten Gebirgskamm hinaufgedrungen. Dort waren die Tannen und Kiefern im steinigen Boden nicht recht gediehen. Nur Knieholz gab es, und das hatte sich vor den häufigen Stürmen tief und dicht an die Gerollsteine der Halde geschmiegt. Aber Johannesblum und Enzian wuchsen recht stark und üppig zwischen dem Gestein. Hans hatte schon ein tüchtiges Bündel zusammen. Aber immer tiefer zwängte er sich in das Gebüsch hinein. Da sah plötzlich ein seltsames Gebilde vor seinen Füßen. Von fünf oder sechs Fichten hatten sich die Äste dicht über dem Erdboden innig ineinander gesteckt und geschoben. Nadeln waren nicht mehr daran zu sehen, aber die einzelnen Zweige waren so vielfach miteinander verwachsen, dass sie ein ganz festes, dichtes Geflecht bildeten, so groß wie ein Kuchendeckel. »Ein Wetterbusch!« rief Hans erstaunt. Vorsichtig trat er näher. Ganz gewiss, hier hatte er das seltsame Gewächs vor sich, wie es ihm der Vater einmal beschrieben. Zackigen Blitzen gleich schienen die kahlen, rötlichen Zweige durcheinander zu fahren, denn die Augen taten einem weh, wenn man lange in das Gewirr schaute. Hans wusste, dass der Wetterbusch die Blitze anzieht und dass man ihn deshalb nicht mit nach Hause nehmen darf. Aber ansehen wollte er das Ding doch recht genau. Darum legte er sich auf den Boden, der mit abgefallenen Fichtennadeln dicht bedeckt war und betrachtete nun den Wetterbusch von allen Seiten. Da hörte er auf einmal neben seinem Ohr ein feines Stimmchen. Hans strengte die Augen an. Sieh, unter dem Wetterbusch stand ein Männlein, kleiner als sein Finger. Das hatte ihm beim Namen gerufen. War das ein Elf oder ein Kobold? Das Männlein ließ ihn nicht lange in Ungewissheit. »Kommst du endlich einmal in unsere Nähe?« rief es. »Ich wollte schon lange gern mit dir reden.« »Warum bist du denn dann nicht zu mir gekommen?« antwortete Hans. »Ja, das ist eine lange Geschichte,« meinte das Geschöpfchen bedenklich. »Aber, wenn du noch ein Weilchen zuhören willst, sollst du alles erfahren. Komm, steck den Kopf noch ein wenig näher an den Wetterbusch heran.« Hans regelte sich auf den dürren Fichtennadeln so nah heran, dass er mit dem Gesicht dicht neben das Männlein kam. Das aber nahm aus seiner Tasche einen durchsichtigen, gelben Stein, reichte ihm den Knaben und sprach, »Nimm zuvor diesen Topaz. Er schützt dich vor bösen Ränken, solange du ihn trägst.« Der Knabe nahm den funkelnden Stein mit gespitzten Fingern entgegen, hielt ihn ein Weilchen gegen das Licht und bedankte sich freundlich für das glänzende Spielzeug. Aber das Männlein meinte, er solle ja gut Acht haben auf den Stein. Vielleicht sei ihm dessen Wunderkraft einmal recht nötig. Hans versprach Achtsamkeit, und nun begann das seltsame kleine Wesen von neuem. »Du weißt von deinem Vater mancherlei über die Nixen und Feen des Waldes, von dem wilden Jäger, der mit dem Wüstenheer durch die Lüfte stürmt, von den Kobolden, die in der Tiefe der Berge wohnen. Aber von den Allraunen hat er dir wohl nichts erzählt. Denn von uns weiß fast kein Mensch mehr heutzutage.« Das Männlein seufzte. »Ach, für alle anderen gibt's eine Zeit in der Nacht oder am Tage, beim Mondlicht oder ganz kurz vor Sonnenaufgang, wo sie sich aus ihren Verstecken hervorwagen können. Aber uns droht dann jedes Mal der Tod, wenn wir uns nur ein wenig hervorwagen.« Vor uralter Zeit, als noch kein Menschenfuß diese Wälder betreten hatte, lebten wir harmlos und heiter in der weiten Wildnis. Aber als dann die ersten Leute am Bach heraufkamen, Hütten bauten und Gärten anlegten, da entstand ein Zwiespalt unter den bisherigen Waldbewohnern. Die Kobolde und Nixen, vor allem aber der wilde Jäger, wollten die Eindringlinge vernichten, damit der Urwald nicht das Eigentum der Menschen würde. Wir Allraun dagegen wollten nichts wissen von Gewalt und Mord, warnten die Menschen und halfen ihnen aus. Seitdem hassen uns alle Geister des wilden Waldes. Die Menschen aber haben uns auch im Stich gelassen, sie schlagen uns die schützenden Bäume über dem Kopf weg, wüsten in jedes Dickicht hinein, stöbern mit ihren Hunden jeden stillen Winkel durch. Und wo einmal die Blitze hinleuchten können, dahin sieht auch unser schlimmster Feind, der wilde Jäger. Keinen Freund haben wir mehr, bloß allerhand Verfolger. In Wald und Wiese, in Luft und Licht werden wir gejagt und gehetzt, gehöhnt und gestört. Und wir waren immer so still und schafften so freudig an Blumen und Wurzeln. Das Allraunmännchen sah ganz bekümmert aus, und wie Hans seine Klagen anhörte, da rollten ihm selber zwei dicke Tränen die Wangen herab. Das Männlein aber fing die hellen Tropfen auf. Sie wurden in seinen Händen zu Edelsteinen, ganz ähnlich dem Topaz, den Hans vorher empfangen hatte. Sieh, fuhr der Allraune fort, es gibt ja noch einzeln nur gute Menschen, die Mitleid mit unserer Not haben. Ihr Erbarmen ist mehr wert als köstliche Edelsteine. Denn mitleidige Menschen können uns helfen. Willst du's nicht auch tun? Ach, ja gern, sagte der Knabe. Aber wie soll ich das machen? Ja, du wirst es hören, nickte das Männlein freundlich. Zunächst musst du unser Schirmdach hier in Sicherheit bringen, ehe es die Holzhauer aus eurem Tal bloßlegen. Hans erschrak ein wenig. Der Vater sagt, der Blitz schlüge in das Haus ein, da rein man solchen Wetterbusch trägt. Ja, da hat er gar nicht so Unrecht, meinte das Allraunmännlein eifrig. Wenn der wilde Jäger das Krausegeflecht sieht, das wir im dunkelsten Waldes dickig zusammengeflochten haben, so schleudert er sein Speer danach. Das nennen die Menschen dann Wetterschlag. Aber es braucht's ja kein böser Geist zu sehen, wenn du den Wetterbusch fortnimmst. Zur Zeit, wo die Kirchenglocken den Mittag einläuten, ist kein Kobold und auch der wilde Jäger nicht im Freien. Denn sie können das Leuten nicht leiden. Um solche Zeit musst du unser Schutzdach fortnehmen. Die Äste, die es halten, werden sich selber ablösen. Trag's dann unter die großen, dichten Tannen neben deines Vaters Haus in den dunklen Winkel, wo die grünen Brombeerhecken den Boden überziehen. Nicht Mensch, nicht Waldgeist wird den Wetterbusch dort finden. Willst du uns helfen? Freudig sagte Hans zu. Freilich, den Eltern mochte er nichts verraten. Die hätten sich doch vielleicht gefürchtet vor des wilden Jägers Zorn. Darum wartete er bis zum nächsten Sonntag, wo die Eltern drunten im Kirchdorfe waren. Da ging er schon vormittags hinauf zum Walde, wartete, bis die Glocken erklangen und stürmte dann, den Wetterbusch auf beiden Armen tragend, dem väterlichen Garten zu. Aber er sollte nicht ungefährdet hinkommen. Auf den langen Stämmen, die neben der neuen Straße lagen, hatte ihm des Schneidemüllers Heino aufgelauert. Haff' ich dich endlich einmal, du Betteljunge, schrie er den erschrockenen Hans an und erhob gegen ihn einen mächtigen Prügel. Hans war zu Tode erschrocken, aber er ließ den Wetterbusch nicht fallen. Er hielt ihn nur wie schützend vor sein Gesicht. Krach! klangste er auf einmal. War's der schützende Topaz, den er trug, war's ein anderer Zauber, der ihn behütete, oder hatte Heino in der Eile einen wurmstichigen Ast genommen, der furchtbare Knüppel zerbrach, noch ehe er Hans getroffen hatte. Heino aber, der so etwas nicht vermutet hatte, kam aus dem Gleichgewicht, stürzte auf die Baumstämme, die dicht am Straßenreine aufgestapelt waren, und kollerte es am Diesen die Böschung hinunter, bis der ungeschlachtete Bursche und das Holz, das ihn übel zugerichtet hatte, im Bache lagen. Fluchend und prustend arbeitete Heino sich wieder empor. Hans aber war inzwischen längst daheim angelangt, und hatte den Wetterbusch im Garten versteckt, noch ehe das Mittagsläuten in den Bergen verklungen war. Von dieser Zeit an brachte Hans halbe Tage im Garten zu. Dort hielt er Zwiesprache mit den Allrauen, die einer nach dem anderen unter das zauberhafte Wetterdach einzogen. Und wenn die Männlein ihm nicht gerade erzählten, so schaute er ihrem wunderbaren Arbeiten und Schaffen zu. Wo ein Keim nicht durch die harte Erde konnte, da wälzten sie das Steinchen über der harten Spitze fort. Von den Knospen nahm sie die Hüllblättchen ab, dass sich die Blüten umso freier entfalten möchten. In die Blumenkelche trugen die Allrauen jeden Morgen glänzende Tautröpfchen. Und über Nacht putzten und säuberten sie jedes Blatt am Strauch, jeden Halm im Grase. Und das alles ging so zierlich und flink, dass man kaum so schnell sehen konnte, wie die niedlichen Geschöpfe sich regten. Bald hatte sich Hans gewöhnt, mit den Allrauen im fröhlichen Wetteifer den Garten zu bestellen. Arbeiteten die zierlichen Wesen flinker, so kam ihm die größere Kraft zu statten. Und erstaunlich war es, wie prächtig bald der Kräutergarten des Wurzelpeters aussah. Es war auch gut, dass jetzt so viel Arzneipflanzen so dicht am Hause gediehen. Denn im Walde draußen, wo das stille Schaffen der Allraune fehlte, wuchs wenig mehr. Seit vor den Holzfällern die Tannen und Fichten gesunken waren, unter denen sich früher die Allrauen versteckt hatten, fanden auch die roten Fingerhutblumen und die weißen Liliengewächse nicht mehr den gewohnten Schatten. Auf dem ausgedörrten Boden verkümmerte der blaue Eisenhut und der schöne weiß- und goldene Steinbrech. Selbst die Moosbären am Bache hatten nicht mehr den Wohlgeschmack, wie in der Zeit, da über ihn noch der Hochwald rauschte. Dazu kam, dass die Gewitter jetzt viel schlimmer als früher auftraten. Der wilde Jäger mochte wütend sein, dass ihm die Allrauen entschlüpft waren, die dort gehaust hatten, wo jetzt der dichte Wald gefallen war. Immer wieder heulte und fauchte das wilde Heer durch die Lüfte, schmetterten die Donnerkeile fürchterlich ins Erdenreich. Und mächtige Regengüsse rissen tiefe Furchen in das Land, wühlten die Steine heraus und bedeckten die tiefer gelegenen Wiesengründe mit dem Geröll. Und es ward weite Wüstung, wo vor kurzem noch der herrlichste Wald gestanden hatte. Auch der neue Sägemüller, der mit seinen Leuten an allem schuld war, merkte zu seinem Schaden, wie sich die Umstände geändert hatten. Der Kerbebach floss nicht mehr so gleichmäßig wie früher. Heute zerriss die plötzlich anschwellende Flut das Mühlenwehr und nach wenigen Tagen schon war das Wasser so tief gesunken, dass es nicht eins der vielen Räder treiben konnte, die jetzt zur Mühle gehörten. Dann musste gefeiert werden und die Mühlenburschen verübten, zusammen mit dem bösen Heino, viel Mutwillen im ganzen Lande. Stets aber blieb das Haus des Wurzelpeters unangefochten. Niemand wusste, dass der Topaz den Hans auf der Brust trug, alles übel fernhielt. Kein Mensch ahnte auch, dass es die Mithilfe der Allraunen war, welche die Kräuter so üppig im Garte gedeihen, den Saft so heilkräftig werden ließ. Immer mehr lernte Hans von seinen kleinen Helfern. Schon wusste er besser als der Vater, welche Geheimgaben manche Pflanzen hatte, wann der Beinwälde graben und der Mohn geritzt werden musste. Weil er sah, wie die Allraunen Saft und Kraft mischten, tat er bald selbstständig die Würze des Waldes zusammen, presste Blüten aus, kochte Wurzeln und füllte in Büchsen und Flaschen, was er dabei erhielt. So brauchte er samt dem Vater nicht mehr mächtige Bündel auf die Herbstfahrt mitzunehmen. Und doch waren die Tränklein und Salben kräftiger als früher, kräftiger als früher eine ganze Tracht getrockneter Blumen. Weiter als sonst zogen jetzt der Wurzelpeter und sein ziemlich erwachsener Sohn ins Unterland. Bis in die Hauptstadt des Kaisers waren sie endlich gekommen. Und noch überall hatten sie freundliche Aufnahme gefunden. In der großen Stadt gab es viel zu sehen und ließen sich die mitgebrachten Vorräte für ein gut Stück Geld verkaufen. Ach, in den stolzen Häusern an den vornehmen Straßen wohnten gar so viele Leute, denen Krankheit in Brust und Herz saß. deren Lebenskräfte sich vor der Zeit verzehrten. Der Kaiser selber, so hieß es, wäre nicht mehr gesund. Die viele Sorge um sein großes Reich habe ihm alle Freude am Leben genommen. Seine Wangen seien bleich geworden und vor innerer Unruhe könne er nirgends mehr lange bleiben. Es sei ein schleichendes Fieber über ihn gekommen, sagten die Leute in der großen Stadt. Und wenn sich das nicht heilen lasse, müsse er sterben, obwohl er noch gar nicht sehr alt war. Der Wurzelpeter hätte dem Kaiser gern ein Mittel für das schleichende Fieber angeboten, wenn er sich nur hineingetraut hätte in den großen Kaiserpalast, wo die vielen Lakaien und Geheimräte in glänzenden Uniformen standen und gar so stolz und streng um sich blickten. Aber der gute Kaiser tat ihm doch von Herzen leid. Die trüben Gedanken vergingen indessen dem Peter und seinem Sohn schnell, als sie endlich wieder nach der Heimat zurückwanderten. Immer höher strebten sie dem lieben Bergland zu. Schon schritten sie wieder zwischen grünen Nadelwäldern hin, auf die der Frost jetzt weiße Sternchen geblasen hatte. Die Luft war klar und frei. Hans fing an, aus voller Brust in den stillen Frost hinein zu singen. Und wie er so die helle Stimme erklingen ließ, trat plötzlich von einem Seitenwege her ein Forstmann in grünem Kleide auf ihn zu. »Wie kannst du hier so laut singen?« sprach er ernsthaft. »Wodrüben, in dem kleinen Jagdschloss, der Kaiser in schwerem Fieber liegt.« Hans erschrak. Aber er sagte doch, dass er gar nicht gewusst habe, dass ihm der Kaiser so nahe sei. In der Hauptstadt hätte er wohl von des Kaisers Krankheit gehört. Der Vater und er selbst hätten auch gerne dem guten Herrn ein Heilmittel gebracht, aber sie hätten scheu vor den vielen vornehmen Leuten gehabt. Der Forstmann sah den Sänger aufmerksam an. »Glaubst du wirklich, Heilmittel gegen das schleichende Fieber zu kennen?« »Gewisser«, sagte Hans voll Eifer. »Im Walde draußen, auf den Bergen, wo die gesunde Luft weht, wo der Regen und der Tau reiner ist als im Unterland, wachsen tausend Blumen voll wunderbarer Kräfte. Und oft helfen die Pflanzensäfte, wo man's kaum gehofft hatte. Könnte der Kaiser nicht eines meiner Tränklein versuchen?« »Frag ihn selber«, sagte der Forstmann freundlich. »Komm mit mir«, winkte er dann den beiden zu. So kam der Wurzelpeter und sein Sohn Hans in das Jagdschlösschen, wo der Kaiser in seinem Krankenbett lag. Und nun war es seltsam, wie bald sich der Kaiser in der Behandlung der beiden wohler fühlte, als lange vorher. Den munteren Hans, der ihm jedes Tränklein bereiten musste, gewann er deshalb lieber als alle anderen, die bisher an ihm herumkuriert hatten. Er behäufte ihn mit Geschenken und Ehren und wollte ihn gar nicht mehr von sich lassen. Aber Hans sagte dem Kaiser, dass er wieder ins Gebirge ziehen müsse, sobald der Frühling käme. Gerade dann seien die wirksamsten Kräuter zu finden. Dann erst solle wohl mit Gottes Hilfe der Kaiser völlig gesund werden. Oder ob der Kaiser nicht lieber gleich einmal mitkommen wolle. Das konnte der Kaiser nun freilich nicht. Aber er sandte den Hans und dessen Vater in einem besonders schönen Wagen nach dem Kerbetal, damit sie recht behaglich fahren konnten und doch recht bald wieder bei ihm wären. In der Kerbe hatten es die Leute schon durch Frau Gertraud erfahren, wie der Wurzelpeter, vor allem aber sein Sohn Hans, beim Kaiser in große Gnade gekommen wäre. Als aber die vergoldete Karosse ins Tal hinaufgefahren kam, da wussten sich die Bewohner vor Staunen nicht zu fassen. Hans und Peter waren mit einem Male die angesehensten Leute in der ganzen Gegend. Um den Schneidermüller aber und den wilden Heino mochte kein Mensch mehr aufhebens machen. Mit verbissenen Gesichtern hielten sie sich auch abseits. Aber die Wut gegen Hans, der ihm früher nur ein Betteljunge geschien, nagte im Herzen Heinos umso grimmiger fort. Er sah täglich aus der Ferne, wie Hans im Garten Knospen und Blüten pflückte, wie er dort und da Wurzeln grub. Heino dachte wohl, dass alle diese Arbeit den einst so verachteten Kräutersucher immer berühmter machen werde. Da beschloss er bei sich, den Garten, der so reichen Segen brachte, zu zerstören. Bald kam die Gelegenheit. Hans war aufs Neue zum Kaiser gefahren. Peter Latz und Frau Gertraud, angetan mit schönen Gewändern, waren auf ein paar Tage mitgekommen, weil sie manches für ihr Hauswesen einkaufen wollten. So stand das Häuschen des Wurzelgräbers leer. Eine trübe, dunstige Nacht war angebrochen, als Heino über den niederen Gartenzaun stieg. Vom Gebirgskamm her zuckte zuweilen ein Wetterleuchten. Das zeigte dem Wüstenburschen den Weg. Und er fing an, mit beiden Händen zu raufen und zu brechen zwischen den bunten Beeten. Er riss eine Latte vom Zaun und zerwühlte, damit die reiche, braune Erde darin so viel Schönes und Heilsames erwachsen war. Er begann niederzutreten, mit den Füßen fortzustoßen, was ihn irgend in den Weg kam. Immer drohender rollte der Donner. Und jetzt stieß der Fuß des wilden Heino an den Wetterbusch, über den sich noch immer Ranken von Brombegewisch hinwegspannen. Aber der rohe Bursche war nun einmal am Zogen. In blinder Wut zerrte er an den verschlungenen Zweigen. Und der Wetterbusch, das Schutzdach der friedlichen Allraunen, lag bloß. Und im selben Augenblick knatterte, brauste und dröhnte die wilde Jagd heran. Ein Heulen und Sausen, ein Wimmern und Pfeifen ging durch die Luft und Land, wie es im Kerbtal noch nie erklungen war. Blitze zuckten im blauen Lichte. Der erste von allen hatte den wilden Heino niedergeschmettert. Dann entzündete sich das Häuschen des Wurzelgräbers. Die hohen Tannen daneben, das Waldstück, dessen Schatten so lieblich über der Wiese gelagert hatte, das ganze Kerbetal bot in wenigen Augenblicken den Anblick einer grauenhaften Verwüstung. Und dann kamen Regengüsse niedergeprasselt. Aus allen Rinsalen rauschte das Wasser stromweise nieder, furchtbar schwoll der sonst so friedliche Bach an. Er riss auch die Mühle mit allem, was dazugehörte, hinweg. In derselben Nacht aber fühlte sich der Kaiser von den Arzneien, die ihm Hans, sein junger Leibarzt, gereicht hatte, wunderbar erquickt. Ganz früh am Morgen ließ er den Sohn des Wurzelgräbers zu sich kommen. Und er gab ihm den schönsten Ring von seinem Finger und sprach, »Liebe Hans, du hast mir meine Gesundheit wiedergegeben. In deinen jungen Jahren hast du bereits fertiggebracht, was die Gelehrtesten aller Ärzte nicht konnten. Dir muss wohl der liebe Gott eine besondere Gabe verliehen haben. Ich möchte dir aber auch gern meinen Dank bezeigen. Darum bitte dir aus, was dir so recht am Herzen liegt. Da kniete Hans vor dem Kaiser nieder und sagte, »Ich bin von Kind auf im Wald gewesen und habe dort all die guten, freundlichen Geschöpfe kennengelernt, die drin hausen. Da hat's mir oft wehgetan, wenn ich sah, wie die Menschen die Wälder vernichteten und alle guten Geister, die drin wallten, vertrieben. Wenn der Kaiser befehlen wollte, dass für jeden abgehauenen Baum ein Neuer gepflanzt würde, dann gäbe es mehr Glück, mehr Frieden, mehr Gesundheit im ganzen Reiche. Lasst mich bitten für den Wald und seine Bewohner.« Da lächelte der Kaiser freundlich, denn aus dem Walde war ihm ja auch Glück und Gesundheit gekommen. Und er tat alles, wie Hans ihn gebeten hatte. Also wurde in der Kerbe und ringsumher neues Gehölz angepflanzt. Die Allrauen wohnen heute wieder auf weiten, von Tannen umhegten Gebieten. Hans aber wandert durch die stillen Wälder, wo die heilenden Gewächse für allerlei Krankheiten erblühen. Und er hält Zwiesprache mit allen guten Geistern, die im Walde wohnen. Der alte Baum Höret nun die Geschichte von dem alten Baum, der da wohl ein Jahrhundert im stillen Walde stand und ein merkwürdiges Ende nahm. Kerzengrade war er gewachsen, denn das ist für eine rechtschaffene Fichte eine Ehrensache. Sein dunkelgrünes Nadelkleid war dicht und voll, und wenn der Wind durch den Wald fuhr, dann rauschte er durch das Geäst des alten Baumes und klapperte mit dürren Zweigen wie ein Storch mit seinem Schnabel. Die kleinen Vögel saßen auf den breiten Fächern von Nadeln, die so schön nach Harz dufteten, und sie sangen ihre Lieder. Der Specht hämmerte, dass ihm der Kopf brummte, und die Eichkätzchen jagten auf und nieder und spielten Verstecken in dem Dunkel des dichten Geästes. Im Winter lagen mächtige Schneewuchten auf den breiten Armen der Fichte, und im Frost knackten ihre mit tausend Diamanten behangenen Zweige, dass man es weithin schallen hörte. Dann kamen Hirsche und Rehe und schnobberten an der Rinde, denn sie litten Hunger. Reinecke, der Fuchs, schnürte mit gespitzten Ohren vorüber, wartete hinter dem breiten Stamm auf Lampe den Hasen, und Nacht saß zuweilen eine Eule auf dem Wipfel und schrie und miauzte wie ein Wickelkind. Aber am schönsten war es doch im Sommer, wenn die Sonne so warm schien und die Vögel sangen. Einmal kamen mein alter Mann und ein altes Mütterchen. Sie gingen Hand in Hand und sie blieben vor dem alten Baume stehen. Dieser war es, sagte der alte Mann und putzte seine Brille. Und dann suchte er ringsum am Stamm und betastete die rissige Rinde. Ja, rief er plötzlich fröhlich, da ist es. Och, wie lange ist es her und wie jung waren wir damals. Und richtig, da war ein Herz in die Rinde des alten Baumes eingeschnitten. Und zwei Buchstaben standen darunter, aber man konnte sie kaum noch lesen, denn die Zeit hatte sie zernagt und verwischt. Ja, vierzig Jahre sind eine lange Zeit und so lange war es her, dass der alte Mann, der damals ein ganz junger war, die Zeichen hier eingegraben in die Rinde. Lange standen die beiden Alten vor dem Baum und redeten kein Wort. Und dann ging sie Hand in Hand weiter. Ja, so ein alter Baum ist wie ein treuer Freund und der junge Jäger, der oft in seinem Schatten ruhte, wenn die Mittagshitze über der Welt lag, liebte ihn wie einen Menschen. Aber eines Tages nahm das alles ein Ende. Da kamen die Holzfäller mit blanker Säge und scharfer Axt und viele Bäume mussten sterben. Der Förster kam und machte mit Kreide drei Kreuzern den Stamm der alten Fichte und das war ihr Todesurteil. Es tut mir leid, alter Bursche, sagte der Grünrock. Aber es ist nicht zu ändern. Die Welt braucht Holz. Och, es war nicht zu ändern. Da kamen die Männer und sägten den Stamm durch. Die Vögel hörten den alten Baum ächzen und stöhnen. Erschreckt flogen sie weit fort. Und der Starr, der da oben im Wipfel eine Dachkammer bewohnt hatte, musste schleunigst ausziehen. Er setzte sich auf den nächsten Baum und schnatterte und schimpfte stundenlang auf die Störer des Waldfriedens. Dann legten die Männer ein Seil um den Baum, riefen ziehend Hau ruck, hau ruck und krachend stürzte die Fichte nieder auf den musigen Waldboden. Äste und Zweige wurden abgeschlagen, die dicke braune Rinde abgelöst und der lange kahle Stamm lag wie ein Leichnam im Walde. Nach ein paar Tagen aber kam ein riesiger Wagen mit vier Pferden daher und der Stamm wurde davon gefahren. Fort aus der grünen Heimat hinunter in die Stadt zum Sägewerk Da kreischten die Sägen von früh bis spät, schnitten den Stamm in lauter kleine Scheiben und dann hackte die Hackmaschine das alles in tausend Trümmer. Ja, das Sägewerk war schrecklich, ganze Wälder hat es schon gefressen und die Leute, die den Grünwald liebten, mochten die blanken Sägen mit ihren tausend Traubtierzähnen nicht leiden. Als die beiden alten Leute nach Monaten im Frühlingssonnenschein wieder durch den Wald schritten, da fanden sie den alten Baum nicht mehr. Nur ein breiter Stumm fragte noch aus dem Boden. Lange standen sie da und als sie fortgingen, glänzten Tränen im Auge des alten Mütterchens. Der junge Jäger aber schimpfte und wetterte, als er seinen Liebling nicht mehr fand und missmutig warf er die Flinte über die Schulter und ging heimwärts. Die Trümmer des Baumes waren inzwischen weitergewandert. Sie kamen in eine große Fabrik und da machte man Papier. Man warf sie in mächtige Kessel, in denen kochte ein scharfer Teufelssaft und schließlich wurde ein dicker Brei aus dem Holz der alten Fichte. Der Brei wurde weiß gefärbt, kam auf mächtige Siebe, das Wasser wurde verdampft und da war ein dünner, feuchter Filz aus dem Holzbrei geworden. Der ging dann durch viele Walzen und Pressen, wurde immer dünner und dünner und endlich wurden schöne glatte Papierbogen daraus. Es ist eine tolle Geschichte, was die Menschen alles so aus einem alten Baume machen können. Aber was nutzt das ganze schöne Papier, wenn es nicht beschrieben oder bedruckt wird, sagten sich die Leute. Das sagte auch der langgelockte Dichtersmann, der da drinnen in der großen Stadt hauste. Und so nahm er ein Paar von den schönen weißen Bogen, tauchte die Feder in die Tinte und schrieb lauter Reim und Gedichte auf das Papier. Ja, da besang er den Wald mit seinen grünen Bäumen und die Vögel, die da in den Zweigen wohnten. Und sagte, dass es nichts Schöneres gebe in Gottes weiter Welt als den stillen Wald mit den rauschenden Wipfeln. Ach, er dachte nicht daran, dass der alte Baum sterben musste, damit der Dichter auf dem Papier seine Lieder über den Wald niederschreiben konnte. Aber das Papier, das aus dem Fichtenstamm entstanden, kam in eine große Druckerei. Und da wurden die Gedichte über den Wald zehntausend Mal abgedruckt. Und aus dem Baum waren zehntausend Bücher geworden, die hinauswanderten in alle Welt. Eines kam auch hinauf in das Forsthaus im Walde, wo der junge Jäger wohnte. Der nahm es mit sich in die grüne Einsamkeit der Tannen und Bohren. Er lagerte sich unter einen hohen Baum und las darin. »Schneddering Teng«, sagte er ärgerlich, »da hauen die Städter die Bäume um und machen Papier daraus. Und aus dem Papier machen sie Bücher. Und in den Büchern schreiben sie, dass man in den grünen Wald gehen soll und ihn heilig halten muss. Es ist ein verrücktes Zeug und es ist schade um den Baum, der deswegen sterben musste. Dann nahm er das Buch und warf es weit fort in das grüne Wald dunkel. Lange lag es da, die Ameisen krochen zwischen den Seiten. Reineke Reineke der Fuchs beschnobberte es misstrauisch und konnte über das seltsame Ding nicht klug werden. Und der Starmat pfiff darauf und benahm sich noch weiterhin unanständig, denn er verstand nichts von Geschichten. Die Sonne vergilbte das Papier, dörrte es aus, der Regen durchweichte es, der Frost zerriss es. Die Mäuse knabberten daran, der Schnee des Winters löste es auf in einen Brei. Der Brei sickerte langsam in den Erdboden hinein, gerade da, wo ein winziges Fichtenzweiglein wuchs. Seine feinen Wurzeln saugten die Nahrung ein, und das zerstörte Buch gab der jungen Fichte wieder, was es dem alten Baum genommen hatte. So ist die Welt, sie steigt und fällt, ist Leben und Tod, Freude und Not. Achtet darauf, alles wird alles vergeht, das Neue lebt vom Alten, aus Gräbern steigt Neues Gekribbel und Gekrabbel. Kreislauf der Natur nennen es die gelehrten Herren, und kein Stäubchen in der weiten, herrlichen Gottnatur geht verloren und ist wertlos. Das Märchen von dem Witzenspitzel Es war einmal ein König von rund herum, der hatte unter seinen vielen anderen Dienern einen Edelknaben, der hieß Witzenspitzel. Und er liebte ihn über alles und überhäufte ihn mit tausend Gnaden und Geschenken, weil Witzenspitzel ungemein klug und artig war und alles, was ihm der König zu verrichten gab, mit außerordentlicher Geschicklichkeit ausrichtete. Wegen dieser großen Gunst des Königs waren alle die anderen Hofdiener sehr neidisch und bös auf Witzenspitzel. Denn wurde seine Klugheit belohnt mit Gelde, so wurde ihre Dummheit bestraft mit Schelte. Und erhielt Witzenspitzel vom König großen Dank, so erhielten sie von ihm großen Zank. Kriegte Witzenspitzel einen neuen Rock, so zerschlug er auf ihn einen neuen Stock. Dürfte Witzenspitzel des Königs Hand küssen, so traktierte der König sie, mit Kopfnüssen. Darüber wurden sie nun gewaltig zornig auf Witzenspitzel und brummten und zischelten den ganzen Tag und steckten überall die Köpfe zusammen und überlegten, wie sie den Witzenspitzel sollten um die Liebe des Königs bringen. Der eine streute Erbsen auf den Thron, damit Witzenspitzel stolpern und den gläsernen Zepter zerbrechen sollte, den er dem König immer reichen musste. Der andere nagelte ihm Melonschalen unter die Schuhe, damit er ausgleiten sollte und dem König den Rock begießen, wenn er ihm die Suppe brachte. Der Dritte setzte allerlei garstige Mücken in einen Strohhalm und blies sie dem König in die Perücke, wenn Witzenspitzel sie frisierte. Der Vierte tat wieder etwas anderes und so versuchte jeder etwas, den Witzenspitzel um die Liebe des Königs zu bringen. Witzenspitzel aber war so klug und behutsam und vorsichtig, dass alles umsonst war und er alle Befehle des Königs glücklich zu Ende brachte. Da nun alle ihre Anschläge nichts fruchten wollten, aber versuchten sie etwas anderes. Der König hatte einen Feind, mit dem er nie fertig werden konnte und dem alles zum Possentat. Das war ein Riese, der hieß Labelang und wohnte auf einem ungeheuren Berg, wo er in einem dicken, dunklen Wald in einem prächtigen Schloss hauste und hatte außer seiner Frau, die dicke Dull hieß, niemand bei sich als einen Löwen Hanebang und einen Bären Honigbart und einen Wolf Lämmerfraß und einen erschrecklichen Hund Hasenschreck. Das waren seine Diener. Außerdem hatte er auch ein Pferd im Stall, Flügelbein genannt. Nun wohnte in der Gegend von rundherum eine sehr schöne Königin, Frau Flux. Die hatte eine Tochter, Fräulein Flink. Und der König rundherum, der gern alle anderen Länder um sein Land herum auch gehabt hätte, hätte die Königin Frau Flux gar gerne zu seiner Gemahlin gehabt. Sie ließ ihm aber sagen, dass noch viele andere Könige sie auch gerne zur Gemahlin hätten, dass sie aber keinen nehmen wolle als den aller geschwindesten und dass der, welcher am nächsten Montag morgens um halb zehn Uhr, wenn sie in die Kirche gehe, zuerst bei ihr wäre, sie zur Gemahlin und mit ihr das ganze Land haben sollte. Nun ließ der König rundherum alle seine Diener zusammenkommen und fragte sie, wie soll ich es doch anfangen, dass ich am Montag zuerst in der Kirche bin und die Königin Flux zur Gemahlin bekomme. Da antworteten ihm seine Diener, ihr müsst machen, dass ihr dem Riesen Labelang sein Pferd Flügelbein bekommt. Wenn ihr darauf reitet, kommt euch niemand zuvor und um dieses Pferd zu holen, wird niemand geschickter sein, als der Edelknabe Witzenspitzel, der ja alles zustande bringt. Ja, so sagten die bösen Diener und hofften schon, der Riese Labelang werde den Witzenspitzel gewiss umbringen. Der König befahl also dem Witzenspitzel, er solle das Pferd Flügelbein bringen. Witzenspitzel erkundigte sich um alles recht genau, wie es denn bei dem Riesen Labelang beschaffen sei. Und dann nahm er sich einen Schiebekarren und stellte sich einen Biedenkorb darauf und nahm einen Sack. Da steckte er einen Gockelhahn hinein und einen Hasen und einen Lamm und legte sie auch auf den Karren. Weiter nahm einen Strick mit und eine große Schachtel voll Schnupftabak, hängte eine Kurierpeitsche um, machte sich ein paar tüchtige Sporen an die Stiefel und marschierte mit seinem Schiebekarren ruhig fort. Gegen Abend war er endlich den hohen Berg hinauf und als er durch den dicken Wald kam, sah er das Schloss des Riesen Labelang vor sich. Und es war Nacht und er hörte, wie der Riese Labelang und seine Fraudicke Dull und sein Löwe Hanebang und sein Bär Honigbart und sein Wolf Lämmerfraß und sein Hund Hasenschreck gewaltig schnarchten. Nur das Pferd Flügelbein war noch munter und scharrte mit den Füßen im Stall. Da nahm Witzenspitze leise, leise seinen langen Strick und spannte ihn vor die Schlosstüre von einem Baum zum anderen und er stellte die Schachtel mit Schnupftabak dazwischen. Dann nahm er den Bienenkorb und setzte ihn an einen Baum in den Weg. Und dann ging er in den Stall und band das Pferd Flügelbein los und setzte sich mit dem Sack, worin er den Hahn und den Hasen hatte darauf und gab ihm die Sporen und trieb es hinaus. Das Pferd Flügelbein aber konnte sprechen und schrie ganz laut Dicke Dull und Lab lang »Honigbart und Hanebang«, »Honigbart und Hanebang«, »Lämmerfraß und den Löwenhanebang«, den Wolf Lämmerfraß und den Hund Hasenschreck auf. Und alle stürzten zugleich aus dem Schloss heraus, um den Witzenspitzel mit dem Pferd Flügelbein zu fangen. Aber der Riese Labelang und seine Frau Dicke Dull stolperten in der Dunkelheit über den Strick, den Witzenspitzel vor die Türe gespannt hatte. Und per Dauts, da fielen sie mit der Nase und den Augen gerade in die Schachtel voll Schnupftabak hinein, der dahingestellt hatte. Und sie rieben sich die Augen und niesten einmal über das andere Mal und der Labelang sagte »Zur Gesundheit, Dicke Dull!« »Ich danke«, sagte Dicke Dull. Und dann sagte sie »Zur Gesundheit Labelang!« »Und ich danke«, sagte Labelang. Und bis sie sich den Tabak aus den Augen geweint und aus der Nase genießt hatten, war Witzenspitzel schier aus dem Wald. Der Bär Honigbart war zuerst hinter ihm drein. Als er aber an den Bienenkorb kam, kriegte er Lust zum Honig und wollte ihn fressen. Da schnurrten die Bienen heraus und zerstachen ihn so, dass er halbblind ins Schloss zurücklief. Witzenspitzel war schon weit aus dem Wald. Da hörte er hinter sich den Löwen Hanebang kommen. Geschwind nahm er den Gockelhahn aus seinem Sack und als der auf einen Baum flog und zu Krähen anfing, hat es dem Löwen Hanebang sehr Angst und er lief zurück. Nun hörte Witzenspitzel den Wolf Lämmerfraß hinter sich. Da ließ er geschwind das Lamm aus seinem Sack laufen und dem sprang der Wolf nach und ließ ihn reiten. Schon war nahe der Stadt. Da hörte er hinter sich ein Gebelle und wie er sich umschaute sah er den Hund Hasenschreck angelaufen kommen. Geschwind ließ er nun den Hasen aus dem Sack laufen und da sprang der Hund dem Hasen nach und er kam mit Flügelbein glücklich in die Stadt. Der König dankte dem Witzenspitzel sehr für das Pferd. Die falschen Hofdiener aber ärgerten sich, dass er so mit heiler Haut wiedergekommen war. Am nächsten Montag setzte sich der König gleich auf sein Pferd Flügelbein und dritt zur Königin Flux. Und das Pferd lief so geschwind, dass er viel früher da war und schon mehrere Tänze auf seiner Hochzeit mit der Königin Flux getanzt hatte, als die anderen Könige aus der Gegend erst ankamen. Da er nun mit seiner Königin nach Hause ziehen wollte, sagten seine Diener zu ihm. Ihre Majestät haben zwar das Pferd des Riesen Labelang, aber wie herrlich wäre es, wenn sie auch dessen prächtige Kleider hätten, die alles übertreffen, was man bis jetzt gesehen, und der geschickte Witzenspitze wird dieselben ganz gewiss herbeischaffen, wenn es ihm befohlen wird. Der König bekam gleich eine große Lust nach den schönen Kleidern des Labelang und gab dem Witzenspitzel abermals den Auftrag. Als dieser sich nun auf den Weg machte, dachten die falschen Hofdiener, er würde diesmal dem Riesen Labelang gewiss nicht entgehen. Witzenspitzel nahm diesmal nichts mit, als einige starke Säcke und kam abends wieder vor das Schloss des Labelang, wo er sich auf einen Baum setzte und lauerte, bis alles im Schlosse zu Bette sei. Als alles still geworden war, stieg er vom Baum herunter und hörte auf einmal die Frau Dicke Dull rufen, Labelang, ich liege mit dem Kopf so niedrig, hole mir doch draußen ein Bund Stroh. Da schlüpfte Witzenspitzel geschwind in das Bund Stroh und Labelang trug ihn mitsamt dem Bund Stroh in seine Stube, steckte ihn unter das Kopfkissen und legte sich dann auch in das Bett. Als sie ein wenig eingeschlafen waren, streckte Witzenspitzel die Hand aus dem Stroh und raufte den Labelang tüchtig in den Haaren und dann die Frau Dicke Dull auch, worüber beide erwachten und, weil eines glaubte, das andere habe es gerauft, sich einander gewaltig im Bette zerprügelten, während welchem Streit Witzenspitzel aus dem Stroh herauskroch und sich hinter das Bett setzte. Da sie wieder ruhig eingeschlafen waren, packte Witzenspitzel alle Kleider des Labelang und der dicke Dull in seinen Sack und band diesen leise, leise dem schlafenden Löwen Hanebang an den Schwanz. Dann band er den Wolf Lämmerfraß und den Bären Honigbart und den Hund Hasenschreck, welche da alle herum schliefen, an die Bettlade des Riesen fest und machte die Türe weit, weit auf. Er hatte alles so in der Ordnung. Da wollte er aber auch dem Riesen seine schöne Bettdecke noch mitnehmen und zupfte ganz sachte sachte an dem Zipfel, bis er sie heruntergezogen, wickelte sich hinein und setzte sich auf den Sack voll Kleider, den er dem Löwen an den Schwanz gebunden hatte. Nun wehte die kalte Nachtluft durch die offene Tür der Frau Dicke Dull an die Beine und sie wachte auf und rief labelang du nimmst mir die Decke weg ich liege ganz bloß da wachte labelang auf und rief nein ich liege ganz bloß Dicke Dull du hast mir die Bettdecke genommen darüber fing sie sich wieder an zu schlagen und zu zanken und Witzenspitzel fing laut an zu lachen nun merkten sie etwas und riefen Diebda Diebda auf Hanebang auf Lämmerfraß Honigbart und Hasenschreck Diebda Diebda Da wachten die Tiere auf und der Löwe Hanebang sprang fort weil er aber den Bündel angebunden hatte worauf der Witzenspitzel in die Decke gewickelt saß fuhr der wie in einem Wagen hinter ihm her und fing einige Male an wie ein Haki Kriki zu schreien Da kriegte der Löwe eine solche Angst dass er immer immer zulief bis an das Stadttor wo Witzenspitzel ein Messer herauszog und hinten den Sack abschnitt so dass der Löwe der im besten ziehen war auf einmal ausfuhr und so mit dem Kopf wieder das Tor rannte dass er tot an die Erde fiel die anderen Tiere welche Witzenspitzel an die Bettstelle des Riesen gebunden hatte konnten diese nicht zum Tor hinausbringen weil sie zu breit war und zerrten die Bettlade so in der Stube herum dass labelang und dicke Dull herausfielen und aus großem Zorn den Wolf und den Bären und den Hund tot schlugen welche doch gar nichts dafür konnten als die Wache in der Stadt den großen Stoß den der Löwe gegen das Stadttor getan hatte hörte öffnete sie das Tor und Witzenspitzel brachte dem König die Kleider des labelang und der dicke Dull worüber dieser vor Freuden aus der Haut fahren wollte denn niemals waren noch solche Kleider gesehen worden es war dabei ein Jagdrock von den Pelzen aller vierfüßigen Tiere so schön zusammengenäht dass daran die ganze Geschichte des Reinicke Fuchs zu sehen war weiter ein Vogelstellerrock von den Federn aller Vögel der Welt vorn ein Adler hinten eine Eule und in der Tasche eine Drehorgel und ein Glockenspiel welche wie alle Vögel durcheinander sang dann ein Bade- und Fischfängerkleid aus allen Fischhäuten der Welt so zusammengenäht dass man einen ganzen Walfisch und Heringsfang drauf sah dann ein Gartenkleid der Frau Dicke Dull worauf alle Arten von Blumen und Kräutern Salat und Gemüse abgebildet war was was aber alles übertraf war die Bettdecke sie war von lauter Fledermauspelzen zusammengenäht und alle Sterne des Himmels mit Brillanten darauf gestickt Die königliche Familie wurde ganz dumm von lauter Betrachten und Bewundern Witzenspitzel wurde geküsst und gedrückt und seine Feinde platzten bald vor Zorn dass er wieder so glücklich dem Riesen Labelang entgangen sei doch ließen sie den Mut nicht sinken und setzten dem König in den Kopf jetzt fiel ihm nichts mehr als das Schloss des Labelang selber dann hätte er alles was ihm zu wünschen übrig sei und der König der ein rechter Kindskopf war und alles haben wollte was ihm einfiel sagte gleich zu Witzenspitzel er soll ihm das Schloss des Labelang schaffen dann wolle er ihn belohnen Witzenspitzel bis an sich nicht lange und lief zum dritten Mal nach dem Schloss des Labelang da er dahin kam war der Riese nicht zu Hause und in der Stube hörte er etwas schreien wie ein Kalb Da guckte er durchs Fenster und sah dass die riesendicke Dull einen kleinen Riesen auf dem Arm hatte der bläckte die Zähne und schrie wie ein Kalb während sie dabei Holz hackte Witzenspitzel ging hinein und sagte oh guten Tag große schöne breite dicke Frau wie mögt ihr euch nur bei dem allerliebsten Kinde so viel Arbeit machen habt ihr denn keine Knechte oder Mägde wo ist denn euer lieber Herr Gemahl Och sagte die dicke Dull mein Mann labelang ist ausgegangen die Herrn Gefatter einzuladen wir wollen einen Schmaus halten und nun soll ich alles allein kochen und braten denn mein Mann hat den Wolf und Bären und Hund die uns sonst geholfen totgeschlagen und der Löwe ist auch fort Och das ist freilich sehr beschwerlich für euch sagte Witzenspitzel wenn ich euch helfen kann soll es mir lieb sein da bat ihn die dicke Dull er soll ihr nur vier stücke Holz klein machen und Witzenspitzel nahm die Axt und sagte zu der Riesin haltet mir das Holz ein wenig die Riesin bückte sich und hielt das Holz da hob Witzenspitzel die Axt auf und ratsch hieb er der dicke Dull den Kopf ab und ritsch dem kleinen riesen Mollerkopp auch und dann lagen sie da Nun machte er ein großes tiefes Loch gerade vor die Türe des Schlosses und warf die dicke Dull und Mollerkopp hinein und deckte das Loch oben mit ganz dünnen Zweigen und Blättern zu Dann steckte er in allen Stuben des Schlosses eine Menge Lichter an und nahm einen großen krupfernen Kessel Da paukte er mit Kochlöffeln darauf und nahm einen bleien Trichter und darauf bließe die Trompete und schrie immer dazwischen »Wiwatt, es lebe Ihre Majestät, der König rund herum!« Als Labelang abends nach Hause kam und die vielen Lichter in seinem Schloss sah und das Wiewatt Geschrei hörte, war der ganz rasend vor Zorn und rannte mit solcher Wut gegen die Türe, dass er da über das mit Zweigen bedeckte Loch laufen wollte durchfiel und mit großem Geschrei in der Grube gefangen lag, welche Witzenspitzel dann mit Erde und Stein über ihm zufüllte. Hierauf nahm Witzenspitzel den Schlüssel des Riesenschlosses und brachte ihn dem König rund herum, der sich sogleich mit der Königin Flux und ihrer Tochter, der Prinzessin Flink, und dem Witzenspitzel nach dem Schloss begab und alles betrachtete. Nachdem sie vierzehn Tage an allen den vielen Stuben, Kammern, Kellerlöchern, Dachluken, Ofenlöchern, Feueressen, Küchenherden, Holzstellen, Speisekammern, Rauchkammern und Waschküchen und dergleichen betrachtet hatten und endlich fertig waren, fragte der König den Witzenspitzel, was er zur Belohnung für seine treuen Dienste haben wollte. Da sagte er die Prinzessin Flink und die war's auch zufrieden. Da wurde Hochzeit gehalten und Witzenspitzel und die Prinzessin Flink blieben auf dem Riesenschloss wohnen, wo sie bis auf diesen Tag zu suchen sind. Der Weg über den Balken Witzenspitzel Nämlich Jungens, die Leute waren schon jahrelang unzufrieden mit dem alten Wodka. Alle Leute in der ganzen Gegend. Er aber saß oben auf seinem Berge in seinem einsamen Wertherhäuschen und kümmerte sich nicht darum. Eigentlich hätte er tun müssen, was die Leute unten im Land verlangten. So wenigstens meinten diese selber, besonders die Reichen unter ihnen, denn die hatten ihn angestellt. Er sollte die große Wasserleitung in Ordnung halten, die oben auf dem Berge lag und deren Röhren hinabliefen in alle Felder und Wiesen und Bauernhöfe und alle richtig mit Wasser versorgen. Und er hielt sie auch ganz gut in Ordnung. Aber wenn einer mal viel Wasser brauchte, da meinte der Nachbar, er kriege zu wenig. Oder wenn dieser nun nachbekam, dann schrien alsbald die anderen Nachbarn, das sei die reine Überschwemmung. Und schließlich war's keinem Recht gemacht. Darum hatte der alte Wotzke sich eines Tages anders besonnen, hatte den Leuten den Zutritt versperrt zu seinem amtlichen Gebiet und kümmerte sich um niemandes Wünsche mehr. Sondern er saß da hinter seinem Zaun, zwischen den mächtigen Wasserbecken, die in Terrassen übereinander lagen. Und auf der obersten Terrasse, mitten im größten der großen Becken, stand wie ein Turm, sein steinernes Häuschen, zu dem nur ein langer, schmaler Balken über das stille Wasser führte. Von dort aus besah er mit seinem einen Auge, denn auf dem anderen war er blind, durch ein Fernrohr die ganze Gegend, die Dörfer und das flache Land, bis dahin, wo die Wälder anfingen und bläulich in den Himmel verschwanden, und ließ zu jedermann so viel Wasser laufen, wie es ihm von oben gut und nötig erschien. Das gab nun zuerst einen wahren Aufstand unter den Leuten ringsherum, obgleich sie im Ganzen nicht schlechter versorgt wurden, vielleicht sogar etwas besser als früher. Doch weil sie nicht mehr dreinreden durften, fühlte sich jeder zurückgesetzt und kamen in hellen Haufen herauf und wollten das Wärterhäuschen stürmen. Je näher sie aber an den Zaun herankam, umso stiller und stiller wurden sie. Die großen Wasserbecken, die alle den Himmel spiegelten, lagen so feierlich, dass sich keiner mehr laut zu reden traute. Bloß etwa ein Dutzend der ärgsten Morrer, die kletterten dennoch über den Zaun und näherten sich dem einsamen Turm. Der alte Wodka stand ganz ruhig in seiner weit geöffneten Türe, blickte erst auf die Leute drüben, dann auf den langen Balken vor sich und lachte in seinen grauen Bart. Hinter ihm blitzten die hundert Hähne und Drehklinken der Leitungs der Leitungsröhren. Tja, und da merkte das Dutzend Stören Friede, dass man nur einzeln hinüberkommen konnte. Und wie der Alte sein eines Auge funkelnd von Mann zu Mann richtete, hatte keiner den Mut dazu. Und plötzlich erhob sich um den Turm ein seltsames Kreischen und Gekrächze, das jeder verwirrt in den Himmel glotzte. Worauf der Alte ihnen den Rücken zuwandte und schließlich alle froh waren, dass sie zum Zaun zurücklaufen konnten. Dort sagten sie den Wartenden, es gehe hier nicht mit rechten Dingen zu. Der alte Wotke habe den Zauberblick und stehe mit höheren Geistern im Bunde. Und also zog der ganze Haufen wieder hinunter ins flache Land. Es gab aber doch verschiedene Schlauköpfe, die an den Geisterspuk nicht recht glaubten und meinten, sie würden den Alten schon unterkriegen. Das waren nämlich die Unzufriedensten. Die schlichen jetzt öfters allein um den Zaun, weil keiner dem anderen das Wasser gönnte. Dachte jeder, dem Alten Bären einen besonderen Vorteil abzuluchsen. Sie hatten auch bald herausgekundschaftet, dass er nachmittags gewöhnlich ein Schläfchen machte und was es mit dem Gekreisch und Gekrechze für eine einfache Bewandtnis hatte. Vollkommen einsam lebte der Alte Wotke nämlich nicht, sondern er hatte sich zwei Vögel gezähmt, einen weißen und einen schwarzen, eine Möwe und eine Krähe. Die saßen meistens bei ihm im Turm. Nur wenn er bei der Arbeit war oder bei seinem Nachmittagsschläfchen, dann flogen sie über den großen Wasserbecken wie eifrige Wächter hin und her. Sie flogen dann ganz leise und lautlos, immer im Zickzack schwarz und weiß, als ob sie Tod und Leben spielten. Ich habe sie selbst einmal so fliegen sehen, als ich vorbeiging und über den Zaun guckte. Doch braucht ihr drum nicht etwa zu denken, ich hätte hinüberklettern wollen, denn ich bin mit dem alten Wotke niemals unzufrieden gewesen. Die unzufriedenen Schlauköpfe aber, wenn sie auch bei Nacht nicht hinauftraten, weil es ihnen mit den wachsamen Vögeln doch nicht recht Geräuer schien, die wollten sich seine Nachmittagsruhe heimtückisch zunutze machen und ihn dabei überrumpeln und zwingen. Wenn dann so einer, ich habe von Weitemal zugesehen und sage euch, es war sehr komisch, vor den langen Balken kam, dann stand er zuerst, wie angewurzelt und sah sich furchtsam um wie ein Dieb. Er fasste sich aber doch ein Herz und setzte einen Fuß vor den anderen, bis etwa in die Mitte des Balkens. Wenn er dann aber ins blaue Wasser sah, wo sich tief unten der Himmelskreis spiegelte und sah sich selbst da im Wasser hängen, den Kopf nach unten am schmalen Balken, nirgends ein Halt im tiefen Luftraum und plötzlich kamen die stillen Vögel mit Kreischen und Krechzen herbeigeschossen, ihm immer kreuz und quer um den Kopf und unten im Himmel ebenso, bis alles drunter und drüber ging und ihm vom Tod wie vom Leben schwindelte, da wollte er die Augen schließen, lag aber schon plumps mittendrin im Wasser. Und während er prustend mit Mühe und Not an das Ufer des Beckens zurückschwamm, erschien der alte Wodke wieder in seiner weit geöffneten Tür und lachte, dass das Echo dröhnte und streichelte seine beiden Vögel, die sich auf seine Schultern setzten. Ein einziger hat es einmal versucht, bei Nacht über den Balken zu kommen. Das war der dicke Herr Langdarm. Der hatte eigentlich gar kein Recht, sich um die Wasserleitung zu kümmern, besonders da der alte Wodke selbst eine Art Polizeiperson war und ohne Aufseher über sich. Aber der dicke Herr Langdarm hatte die anderen immer gefoppt, wenn sie so pudelnass vom Berge kamen. Und er wollte den Bauern mal beweisen, dass er der schlaueste von allen sei. dachte vielleicht auch eine Belohnung zu kriegen, wenn er den alten einäugigen Kerl mal ordentlich bei den Ohren nähme und ihm die Hochmutzmucken austriebe. Also faßte er den Plan, nicht aufrecht über den Balken zu gehen, sondern rücklings bei Nacht hinüber zu rutschen, indem er meinte, dann schliefen die Vögel. Die Vögel schliefen aber nur abwechselnd. Und als er mit seinen dicken Beinen in der Mitte des Balkens saß, weckte die Möwe den alten Wodka. Schwapp kippte er den Balken ein bisschen und der erschrockene Herr Gendarm, den seine enge Uniform und der schwere Säbel am Schwimmen verhinderten, wäre beinahe elendiglich ertrunken, wenn nicht im letzten Augenblick der alte Wodka den Hahn gedreht und das Wasser des Beckens hätte ablaufen lassen. Da konnte der zappelnde Reitersmann nass wie er war zurück warten. Seit der Zeit meinten die Leute im Ernst, die Möwe und Krähe seien zwei böse Geister. Und da begann erst, der Schabernack arg zu werden. Wenn der Alte bei seiner Arbeit war, ging sie hinterrücks an den Zaun und warfen mit Steinen nach seinen Vögeln. Die Vögel konnte zwar keiner treffen, weil sie zu hoch und zu schnell im Zickzack flogen, aber und schlugen in seine Gartenbeete, die rings um die Wasserbecken lagen. Anfangs nahm er es ruhig hin und warf sie einfach zurück über den Zaun. Das machte die Leute aber nicht friedlicher, sondern im Gegenteil nur noch erb Oster. Sie ließen sich ein Geisterbeschwerer kommen, dem die Vögel hinweg fangen sollte. Den bespritzte der Alte Wodke so gründlich mit einem kalten Strahl, dass er schleunigst wieder nach Hause reiste. Und nun erging es den Bauern schlimm. Denn der Alte vom Berge, so nannten sie ihn jetzt, war durch seine ewige Einsamkeit allmählich menschenfeindlich geworden und beschloss, es ihnen einmal einzutränken. Er ließ auf einmal am nächsten Tage so mächtig viel Wasser ins Land laufen, dass nun wirklich eine Überschwemmung entstand. Und die dauerte von Ostern bis Pfingsten. Mancher bekam dadurch ein Einsehen, aber gerade die reichsten nicht. Denn die meinten, sie hätten den größten Schaden und warfen ihm Briefe über den Zaun, worin sie drohten ihn abzusetzen, trotzdem sie ihn lebenslänglich angestellt hatten. Worauf er einfach sofort den Haupttahn abstellte und kein Wasser mehr laufen ließ. So, dass eine schreckliche Dörre eintrat. Und niemand wusste mehr aus noch ein. Denn in der ganzen Gegend war keiner, der von der Wasserleitung genug verstand, um rasch sein Nachfolger werden Da lebte nun dort in einer Hütte ein armer kleiner Hirtenjunge. Seine Eltern stammten aus einer fremden Gegend und hatten deshalb kein eigenes Land. Und er musste den Bauern die Schafe hüten. Er war am Heiligabend geboren und letzte Weihnacht zwölf Jahre alt geworden und mit Namen hieße Michel Christ. Es konnte ihm eigentlich gleichgültig sein, dass es den Bauern jetzt so schlecht ging, denn er war das Hungern und Dürsten gewohnt, auch wenn sie gute Ernten hatten. Aber es tat ihm trotzdem leid, wenn Menschen und Tiere jammerten, besonders wenn seine Schafe blökten auf den vertrockneten Weidefeldern. Dem war es nun immer ein Rätsel gewesen, warum sich der alte einäugige Mann so einsam auf seinem Berge hielt und warum die Leute ihn schimpften und ärgerten und warum er sie dann noch mehr ärgerte. Denn Michel Christ hatte zwei helle Augen, die den jedermann etwas Gutes entdeckten. Und wen er mit diesen Augen anlachte, der musste unfehlbar mitlachen, selbst wenn man ihm vorher böse sein wollte. Drum hatte er auch vor bösen Geistern nicht die geringste Furcht im Leibe. Ihm waren noch niemals welche begegnet, obwohl er sehr oft im Dunkeln allein war. Und er kannte alle Vögel des Himmels, wie sie bei Tag und Nacht fliegen. Und über einen Balken zu gehen, schien ihm erst recht kein gefährliches Kunststück. Denn er war von klein auf barfuß gegangen und an den breiten Wiesengräben, wo seine Herde am liebsten weidete, lief er tagtäglich zum Zeitvertreib, ohne dass ihm je schwindlig wurde, über die längsten Brückengeländer. Als die Gräben nun immer mehr austrockneten, kam man zuletzt auf den Gedanken, den Alten vom Berge mal zu besuchen und ihn einfach zu fragen und zu bitten, ob er nicht wieder gut sein wolle. Also begab er sich eines Morgens in aller Früh auf den Weg, ging aber erst auf einen Acker und grub sich einen Engerling aus. Den wollte er der Krähe mitbringen, denn unser kleiner Michel wusste, dass Krähen die Engerlinge gern essen. Und aus seinem Gemüsegarten nahm er sich eine recht fette Schnecke mit. Die sollte für die Möwe sein. Damit sie ihm nicht die Tasche beschmutzten und unterwegs nicht etwa erstickten, wickelte er die zwei kleinen Tiere säuberlich in ein großes Kohlblatt und trug sie behutsam in der Hand. Natürlich, Jungs, wie ihr euch denken könnt, tat es ihm auch etwas Leid um sie, dass sie lebendig aufgefressen werden sollten. Aber der kleine Michel wusste, dass alles Lebendige einmal sterben muss auf Erden. Und seine halb verdursteten Schafe und die vielen unzufriedenen Menschen taten ihm doch noch etwas mehr Leid als so ein hässlicher Engerling und eine schleimige Gartenschnecke. Und er wollte doch auch den Vögeln etwas zukommen lassen. So kam er oben auf dem Berge an und brauchte gar nicht erst über den Zaun zu klettern, weil die Pforte offen stand. Denn die hatte neulich der Geisterbeschwörer mit seinen Geheimschlüsseln glücklich aufgekriegt und der alte Wodka hatte vergessen, sie nach der Bespritzung wieder zu verriegeln. Michel Christ sah die beiden Vögel fliegen und als er an den Balken kam, wickelte er das Kohlblatt auf, nahm den Engerling in die rechte Hand, die Schnecke in die linke und ging mit ausgebreiteten Arm ruhig der Tür des Türmchens zu. Als die Vögel in seinen die fetten Gewürmer kribbeln sahen, vergaßen sie ihren Zickzackflug, womit sie den Leuten immer die Köpfe verwirrt hatten, dachten auch nicht an Kreischen und Krechzen, sondern freuten sich über die Leckerbissen. Und die Krähe flog rechts, die Möwe links neben dem kleinen Michel entlang, bis er auf einmal drüben stillstand und ihm die kribbeligen Dinger reichte. Dann trat er in das Der alte Wodke war gerade dabei, seine Leitungshähne und Klinken zu putzen und wunderte sich natürlich nicht wenig, als plötzlich der barfüßige Junge vor ihm stand, begleitet von seinen zahmen Vögeln. Und ehe er noch den Putzlappen weglegen konnte, gab Michel Christ ihm schon die Hand und sagte dazu mit lachenden Augen, Guten Morgen, lieber Vater Wodke. Vater Wodke brummte, guten Morgen, legte den Lappen an seinen Platz, sah sich mit seinem einen Auge den kleinen Michel durch und durch an, griff dann in seinen weißen Bart und fragte etwas weniger brummig, was willst du denn hier oben bei mir? Unser Michel hatte den funkelnden Blick mit ruhigem Herzen ausgehalten und gab ganz einfach und wahr zur Antwort, ich wollte bloß fragen, warum du böse bist und warum du von den Menschen nichts wissen willst und ob du nicht wieder gut sein möchtest. Ich will dir auch helfen, die Hähne zu putzen. Der alte Wodke lachte grimmig und sein Blick wurde dunkler, während er sprach. Sie wollen es nicht besser haben, die Menschen. Wenn es ihnen zu gut geht, werden sie übermütig, genauso wie deine Schafe im Frühling. Eine Weile wusste Michael Christ auf diese Worte nichts zu erwidern und er ließ den Kopf ein wenig hängen. Dann aber hob er wieder die Stirn und blickte mit seinen zwei hellen Augen den Vater Wodke groß an und sagte Ja, aber ich lasse doch meine Schafe, wenn sie verbiestert sind, ruhig blöken und treibe sie nicht weg von mir und laufe auch nicht weg von ihnen. Lass doch die Menschen zu dir kommen und wehre ihnen nicht zu reden. Du kannst ja nachher doch tun, was du willst. Dabei musste er leise lachen. Und als Vater Wodke nun mitlachen musste, nahm Michel Christ ihn wieder beim Arm und fuhr mit Rechter bitte fort. Und wenn du's ihnen nicht selber gestehen willst, dann lass mich hinunter gehen zu ihnen und ihnen sagen, du bist wieder gut. Ich werd schon alles so ausrichten, dass sie sich gerne mit dir vertragen, genauso wie meine Schafe mit mir. Da musste der alte Vater Wodke so furchtbar laut und herzlich lachen, dass seine beiden zahmen Vögel verschüchtert zum kleinen Michel hüpften. Und während er sich heimlich ein Tränchen aus seinem Auge wischte, schrie und schlug er mit der anderen Faust an seine größte Leitungsröhre, Junge, du sollst mein Nachfolger werden. Und Michel Christ ging hinunter ins Land und richtete alles richtig aus. Und sonntags kam er immer herauf und durfte die Hähne putzen helfen, bis er sich bald auf die Wasserleitung so gut verstand, wie sein Lehrvater selber. Und als der schließlich sterben musste, zog er wirklich statt seine hinauf in das Wärterhäuschen und die Leute sind heut noch zufrieden mit ihm. Den alten einäugigen Wodka aber, trotzdem sie sich mit ihm versöhnt und ihn in Ehren begraben haben, halten sie doch noch für einen Hexenmeister. Und manche behaupten, er lebe noch heimlich. Vom Leuchtkäfer, der kein Mensch werden wollte. Als ich noch ein Leuchtkäfer war, sagte die kleine Nerina eines Tages zu ihrem Vater, während eben ein ganzer Schwarm dieser Insekten wie ein goldener Regen durch den Garten zuckte. Als ich noch ein Leuchtkäfer war, da flog ich immer ganz allein in den Wald, ohne mich zu fürchten. Und jetzt habe ich Angst, wenn ich nur im Dunkeln bis auf die Wiese gehen soll. Was unser Kind für ein gutes Gedächtnis hat, sagte der Vater, lächelnd zur Mutter. Ja, diese Worte der kleinen Nerina fielen mir wieder ein, als mir eines Tages ein Leuchtkäfer vom Grase weg auf einen Blumenstrauß schwirrte, den ich in der Hand hielt und sich geduldig von mir nach Hause tragen ließ. Ich stellte den Strauß ins Wasser und solange es hell im Zimmer war, hielt sich der Käfer ganz still. Aber kaum hatte ich mich ins Bett gelegt und das Licht gelöscht, so fing er unruhig zu glänzen an. Wer weiß, was in dir steckt, dachte ich. Ein Stern, sagte der Leuchtkäfer und flatterte auf mein Bett. Ein Stern wohl nicht, entgegnete ich, aber vielleicht ein Mensch. Gut, steh mir bei, sagte der Leuchtkäfer, das wäre schrecklich, dann würde ich mein Glühwürmchen nicht wiedersehen. Aber das kommt alles vom Sündenfall. Was weißt denn du vom Sündenfall, sagte ich lachend. Wer sollte es denn wissen, wenn nicht ich? Mir ist der Schaden ja selber zugestoßen, hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Höre, sagte ich, wenn du nichts Besseres zu tun hast, so erzähle mir die Geschichte von deinem Sündenfall. Ich verspreche dir dagegen, dich zu deinem Glühwürmchen zurückzubringen. Da begann der Leuchtkäfer zu erzählen. Ich war ein Stern und keiner von den Schlechtesten. Ich saß Stroben am Himmel und hatte es sehr gut. Du machst dir gar keinen Begriff, wie herrlich so ein Sternenleben ist. Aber ich war sehr naseweiß. Deshalb sagte mir meine Mutter beständig, hüte dich vor dem Sündenfall. Und ich versprach mich zu hüten und immer bei ihr zu bleiben. Aber als der Herbst kam, da erfasste mich die Wanderlust, mich und viele Tausende meiner Kameraden. In Scharen rissen wir aus, und es war so eine wundervolle Reise. Wir flogen so rasch, dass niemand daran denken konnte, uns einzufangen, und waren so vergnügt, dass wir jedem, der uns anrief, einen Wunsch freistellten. Denn wir Sterne haben, wie du weißt, die Macht, auf unseren Reisen jeden Wunsch zu erfüllen. Aber ich weiß nicht, wie es kam, plötzlich erfasste mich der große Schwindel und es riss und zog mich nach unten. Ich stürzte kopfüber ins Bodenlose. Meinen Kameraden muss es nicht besser ergangen sein, denn ich hörte nachher, es seien an jenem Tag tausende von Sternschnuppen gefallen. Mein Fall aber war so reißend, dass ich mein Licht löschte aus und ich starb. Bist du je gestorben? Ich schüttelte den Kopf. Nicht, dass ich wüsste, sagte ich. Dann kannst du dir auch keine Vorstellung davon machen, wie unangenehm das ist. Ein riesiger Wind schnitt mir durch Leib und Seele, dass mir der Atem verging, und etwas Kaltes löste sich von mir ab und fiel schwer zur Erde. Sehen Sie nur den Block von einem Stein, hätte ich eine Stimme neben mir sagen. Das gibt keinen üblen Briefbeschwerer. Als ich wieder zu mir kam, da saß ich im Haar der schönsten Königin, die eben in ihrem abendlichen Garten Lust wandelte, und viele Hofleute drängten sich Hände klatschend um mich und riefen Oh seht, seht den schönen Stern. Ich war sehr glücklich, ich fühlte mich so leicht und meinte, ich sei ganz Licht. Da sah ich, eine der Hofdamm meinen großen schwärzlichen Stein in der Hand hielt. Das war ich, dachte ich mit Grausen. Da rief plötzlich eine Stimme, Oh Gott, das ist ja nur eine garstige braune Raupe. Es ist kein Raupe, sagte der Hofgelehrte. Es ist ein Leuchtkäfer, Lampyris, Nohikula, fliegt es nachts auf Wiesen und Feldern umher und gibt einen fassvorartigen Glanz von sich. Das Weibchen setzt im Grase und leuchtet ebenfalls. Ich will kein Raub, will keinen Käfer, schrie die Königin und schlug nach mir. Viele teppische Hände wollten nach mir greifen, aber ich verdunkelte mich, schlepfte ihn unter den Fingern durch und flog davon. Ich setzte mich in eine Mauerritze und war sehr traurig. Da fiel mir plötzlich ein, wie der Gelehrte gesagt hatte, das Weibchen sitzt im Grase und leuchtet gleichfalls. Der muss es wissen, dachte ich, und war sehr neugierig, das Weibchen zu sehen. Ich flog deshalb auf die große Wiese und da sah ich auf einem Grashalm ein so herziges Licht, dass ich gleich ganz gefangen war. Guten Abend, Glühwürmchen, sagte ich. Was hast du für einen lieblichen Glanz? Das Glühwürmchen bot mir einen freundlichen guten Abend und sagte, ich habe keine Flügel und sitze immer da. Willst du mir nicht Gesellschaft leisten? Dann musst du aber bei mir bleiben und darfst nicht gleich wieder davon flattern. Ich bleibe bei dir, solange ich lebe, sagte ich, denn ich hab dich lieb. Und das war mein Ernst, denn sie leuchtet gar so lieblich. Selbst solange ich noch ein Stern war und am Himmel saß, habe ich nichts schöneres gesehen. Aber da kamst du zum Unglück vorüber mit deinem Strauß. Aus purer Neugier flog ich herauf und nun kann ich nicht mehr zurück zu meinem Glühwürmchen und muss hier sterben. Ach, das Sterben tut so weh und was ist noch Ärger. Was kommt denn nachher? fragte ich mitleidig. Du hast es ja selbst gesagt und ich weiß es auch, ich muss ein Mensch werden. Das ist das Schrecklichste von allem. Nun, so schlimm ist es auch nicht, versuchte ich ihn zu trösten. Aber er gab sich nicht zu Frieden. Freilich ist es schlimm, jammerte er. Hätte ich doch auf meine Mutter gehört, dass mir das passieren muss. Als ich noch ein Stern war, sagte man mir immer, das sei das ärgste von allem. Fliegen könnt ihr nicht und leuchten ebenso wenig. Und wie es sonst mit euch steht, das will ich gar nicht fragen. Ah, sagte ich, das Fliegen können wir noch lernen und was das Leuchten betrifft, so glänzen wir nach innen desto schöner. Ja, wer das gewiss wüsste, sagte er, zu meinem Mütterlein kann ich nicht mehr zurück, denn der Stein muss jetzt die Albumblätter der Hofdame beschweren, wenn ich nur wenigstens wüsste, ob ich im anderen Leben das Glühwürmchen wiederfinde. Vielleicht findest du es wieder, tröstete ich ihn, und dann ist es ein schönes Mädchen. Ich will aber kein schönes Mädchen, ich will mein Glühwürmchen, auch bringe mich zu meinem Glühwürmchen zurück. Da wollte ich aufstehen, um ihn hinauszulassen. Ich stieß aber mit dem Kopf an die Wand und er wachte. Im Zimmer war alles dunkel. Sobald es Morgen war, ging ich zu dem Strauß, um den Käfer zu suchen. Der aber lag tot in einem Blumenkelch und sein schöner Glanz war erloschen. Als ich die Treppe hinunterging, begegnete mir der Hausherr mit freudestrahlendem Gesicht und sagte, wollen Sie nicht einen neuen Ankömmling sehen? Mir ist heute Nacht ein Kind geboren worden. Armer Leuchtkäfer, dachte ich und trat mit ihm in seine Wohnung. In einem dunkel verhängten Zimmer lag das Neugeborene, in weiße Spitzen gefüllt, aber es schrie wie fürchterlich bei meinem Eintritt. Ach, du armer Wurm, sagte ich, indem ich den Kleinen auf den Arm hob. Wärest du deiner Mama gefolgt, hättest du nicht dem großen Schwindel nachgegeben. So säßest du jetzt noch da droben und wärst ein schöner Stern. Jetzt hast du aber auch dein Glühwürmchen verloren und wer weiß, was dir noch alles passieren kann. Was halten sie da für eine Predigt, sagte der Vater halb lachend, halb ärgerlich, indem er mir das Kind vom Arm nahm, wobei dieses noch Ärger schrie. Och, ich glaube, ich habe etwas geträumt, antwortete ich leise. Als ich aber am Abend von einem Spaziergang über Feld heimkehrte, da sah ich ein ganz kleines Glühwürmchen einsam im Grase glänzen. Das nahm ich mit nach Hause und legte es dem Kinde still aufs Kissen. Das Kind lächelte plötzlich, so, als dämmere ihm eine Erinnerung. Des Königs Fernrohr Hört an! Es war einmal ein König, der hatte viel Land und Leute. Sein Reich erstreckte sich von Aufgang bis Niedergang der Sonne, auch herrschte viel Gelehrsamkeit und Verkehr in dem selben. Und das, meinte er, sei sein Werk. Aber seine Untertanen sagten ihm nach, er sei zwar ein recht guter König, doch lasse er sein Land durch seine Minister und Beamten regieren, die es aussögen, den König hintergingen und nur für ihren eigenen Säckel sorgten. So kam es denn, dass sehr viele Bittschriften von Unglücklichen im Schloss einliefen. Von diesen aber kamen nur sehr wenige in die Hand des Königs und auf die wenigen, welche ihm vor Augen gelangten, antwortete er, es sei unmöglich, dass er alles selbst übersehen könne. Seine Minister seien alle brave Männer, die würden das schon besorgen. Übrigens sei sein Land das aller glücklichste der Welt. Das war aber keineswegs der Fall. Denn im Lande sah es von Jahr zu Jahr immer trüber aus. Die Bürger verarmten, die Reichen verschluckten den Schweiß der Armen und je mehr Minister der König anschaffte, desto schlechter wurde es. Da kam eines Tages ein reisender Brillenhändler in das Schloss des Königs. Der sagte, er komme aus dem Fernorient und habe Gläser erfunden, durch welche man alles sehen könne, was man wolle. Das wäre, sagte der König, wenn du also wahr sprichst, so gib mir ein Glas, durch welches ich über mein ganzes Land blicken und alles sehen kann, was in demselben vorgeht. Und der Brillenhändler gab ihm ein großes Fernglas, das war von außen ganz schwarz und wohl drei ellen lang. Darauf reiste er ab. Der König aber stieg auf die höchste Zinne seines Schlosses und schaute hinaus in sein Land. Aber was sah er durch dieses Fernglas? Fast nichts als Armut und Elend in den Hütten, Hade und Neid in den Häusern der Reichen Übermut und schändliche Ausschweifungen in den Palästen. Er sah in den Hütten der Armen die Söhne ihrer eigenen Eltern hinausstoßen und abgezehrte Kinder an trockenen Knochen und Schuhsohlen nagen. Er sah in den Werkstätten der Handwerker die Arbeit ruhen und die Väter und Mütter ihre Hände vergebens nach Brot ringen. Er sah in den Schwellen der Reichen den Bettler unbarmherzig verjagen und in den Palästen der Vornehmen das Geld aufgestapelt, das er alljährlich prägen ließ. Das ist ein schändlicher Betrüger, rief der König aus und warf das Glas beiseite. So sieht es in meinem Land nicht aus, denn mein Land ist das aller glücklichste der Welt. Und der König schaute nie mehr durch dieses Glas und er setzte einen Preis aus für den jenigen, welcher ihm den Betrüger zur Stelle schaffen könne, der ihm dieses Fernglas verkauft. Aber niemand fand ihn und alle Nachforschungen blieben vergebens. Wohl ein Jahr war verflossen. Da trat der reisende Brillenhändler wieder in das Schloss. Der König fuhr ihn hart an und befahl, ihn verhaften und in Ketten zu legen. Hoher König, sagte der Brillenhändler, du befahlst mir ja, dir ein Fernglas zu geben, durch welches du alles sehen könntest, was in deinem Lande vorgehe. Dein Glas lügt aber, rief der König, mein Land ist das glücklichste der Welt. Gib mir ein Fernglas, durch welches ich meiner Untertanen glücklich sehen kann, so soll dir vergeben sein. Und der Brillenhändler gab dem König ein anderes Fernglas, das war außen ganz weiß und ebenfalls wohl drei Ellen lang. Dann reiste er wieder ab. Der König aber stieg auf die höchste Zinne seines Schlosses und schaute in sein Land hinaus. Wohl sah viel weniger durch dieses als durch das vorige Glas, aber was er sah, das war Glück und Frieden. So sieht mein Land aus, ich wusste ja, dass es glücklich sei, sagte er und stieg wieder von der Zinne herab und lobte seine Minister dafür, dass sie sein Land so glücklich verwalteten. Also verging wohl ein Jahr, währenddessen der König alle vier Wochen auf die Zinne seines Schlosses stieg und ausschaute. Er sah mit jedem Male immer weniger durch das Glas, aber was er sah, das war Glück und Frieden. Endlich konnte er gar nichts mehr durch das Fernglas sehen. Er gab es seinen Dienern, die es putzen sollten, denn der König meinte, es sei von dem langen Gebrauch wohl blind geworden. Aber so viel die Diener auch putzten, das Glas blieb blind. Der König hin es wusste, dass sein Land glücklich sei. Und wieder verging ein Jahr. Da brach im Lande ein Bürgerkrieg aus. Die Paläste der Reichen gingen in Flammen auf, und eine Seuche verbreitete sich über alle Provinzen. Die Unruhen ließ der König zwar dämpfen, aber die Seuche wütete fort und warf den König selbst aufs Krankenlager, der noch immer geglaubt hatte, dass sein Land glücklich sei. Denn seine Minister hatten es ihm ja gesagt. Da lag nun der König. und mehr und mehr als die Krankheit folterte ihn der plötzlich in ihm aufgetauchte Gedanke, dass sein Land doch wohl nicht glücklich sein müsse. Seine Krankheit wurde immer gefährlicher und die Ärzte meinten, er werde wohl sterben müssen. Da kam eines Tages ein Fremder vor das Schloss gefahren. Der sagte, er sei ein Wunderdoktor aus Fernlanden. Er wolle den König wiederherstellen, wenn man ihn allein mit dem Kranken lasse. Als der König dies vernahm, befahl er seiner ganzen Umgebung hinauszugehen. Und als nun der Wunderdoktor an sein Bett trat, da erkannte er den Brillenhändler. Dieser legte dem kranken Könige die Hand auf die Brust. So gleich ward ihm wohler und noch am selben Tage konnte er das Bett verlassen. Auch das zweite Fahnglas, welches du mir gegeben, ist falsch gewesen, sagte der König zu den Brillenhändler. Denn während es mir nur Glück und Frieden im Lande zeigte, brachen Bürgerkrieg und Seuchen aus und zuletzt wurde es ganz blind. Du hast mich und mein Land sehr unglücklich gemacht. Du hast es ja so gewollt, antwortete der Brillenhändler. Als du ein Fernglas von mir verlangtest, durch welches du alles sehen könntest, was in deinem Lande vorgehe, da gab ich dir das Schwarze und du sahst durch dasselbe, wie es in deinem Lande zuging. So sah es aus, aber du wolltest es nicht glauben. Als ich wiederkehrte, verlangtest du ein Glas von mir, durch welches du deine Untertan glücklich sehen könntest. Ich gab dir ein solches. Du sahst die wenigen Städten deines Landes, in welche Hader und Elend noch nicht gedrungen. Und als auch diese endlich vom Unglück verheert waren, da sahst du nichts mehr durch dieses Glas. Du glaubtest, das Glas sei blind, aber du selbst nur warst blind. So gib mir denn ein drittes, durch welches ich alles, alles sehen kann, was in meinem Lande vorgeht, mag es Gutes oder Böses sein. Und der Brillenhändler gab dem Könige ein drittes Fernrohr. Es ist das Letzte, sagte er und verschwand. Der König aber stieg mit dem Fernglase auf die höchste Zinne seines Schlosses und diesmal sah er viel Elend, aber auch manches Glück. Er sah viele schlechte Taten, die er straft, aufs härteste. Er sah auch gute Taten und die belohnte er königlich. Viele Jahre verging, das Land jedoch ward nun blühend und seine Bewohner wurden glücklich. Der König aber war zufrieden und sagte, jetzt ist nicht nur mein Land glücklich, ich selbst bin es auch. Und als er endlich auf dem Sterbebette lag, da erschien ihm der Brillenhändler zum vierten und letzten Male. Ach, sagte der König, mein lieber, dieses Fernglas ist unbezahlbar, lass es mir, damit es auf mein Sohn ich es vererbe. Es sei, antwortete der Brillenhändler, denn die Blicke eines Königs sollen nicht nur die glücklichen, sondern noch mehr die unglücklichen sehen. Nun aber höre noch eins, dieses letzte Fernrohr, das ich dir gab, enthielt gar kein Glas. Ich habe dir nur die Augen geöffnet. Als die Sonne feierte Die Menschen, so erzählte eines Abends der alte Ule Buhle, waren einmal wieder mit sich, mit Gott und der Welt unzufrieden. Ach, sagten sie, es ist ein Kreuz, das Leben ist viel Arbeit und wenig Vergnügen, es müsste umgekehrt sein und kurz und gut, wir wollen nun endlich einmal eine schöne Weile ausruhen. Da ließen sie alles stehen und liegen und sagten Feierabend. Alle Räder standen still und keine Esse rauchte mehr. Die Häuser ragten halbfertig mit großen Gerüsten in den Himmel hinein, die Schneider rührten keine Nadel mehr an, die Schuster drehten und klopften kein Leder. Die Kaufleute schlossen ihre Läden, die Bergleute fuhren nicht mehr zur Grube und kein Fischer warf mehr Netze aus. Am meisten freuten sich die Ochsen und die Kälber, sie brummten und blühten vergnügt in die Welt hinein, denn niemand wollte ihnen mehr das Fell über die Ohren ziehen. Die Bauern draußen auf dem Lande, Hinz und Kunz und Jochen Pesel kamen im Kruge zusammen, rückten ihre Zipfelmützen von einem Ohr auf das andere und sagten »Züß her, wenn die Letze in der Stadt nicht mehr tun, was wollen wir da noch das Feld bestellen, da tun wir auch nicht mehr. Und so ruten Pflug und Egge, Sense und Dreschflegel. Macht wie ihr wollt, meinten die Städter. Wir haben noch alle Speicherbissern, die Decke voll Korn und alle Keller voll Kartoffeln, wir brauchen vorläufig eure Feldfrüchte nicht. Die Sonne stand droben im Blauen und machte verwunderte Augen ob all der sonderbaren Geschehnisse auf Erden. Oh, sagte der alte Mond zu ihr und rauchte noch eine Wolkenpfeife an. Der Teufel ist in die Menschen gefahren. Ich habe schon manches Jahrhundert lang den Erdball umwandert, ich habe schon viele verrückte Geschichten auf Erden mit angesehen, aber so toll waren sie bisher noch nicht. Ich glaube, es nimmt ein schlechtes Ende mit den Menschen, denn die Arbeit hält doch alles in Ordnung beieinander, aber wenn sie nun nicht eine Hand mehr rühren wollen, werden sie bald ganz zugrunde gehen. Als nun aber die Bauern die Felder nicht mehr bestellten, Hinz und Kunz und Jochen Päsel den ganzen Tag im Kruge saßen, Karten spielen und Kümmel mit Rum tranken, da wurde es Frau Sonne zu viel. Tja, wozu scheine ich denn noch, rief sie eines Tages unwillig aus. Wenn ich keine Saaten mehr zu reifen habe und euch nicht mehr bei der Arbeit zu leuchten brauchte, so hat es keinen Zweck, denn Faulenzen könnt ihr auch im Dunkeln und wenn die Sonne auf die faule Bärenhaut scheint, dann ist das nur ungemütlich. Also besinnt euch mache ich selbst Feiertag. Lasst uns in Ruhe, Frau Sonne, brummten die Menschen. Mach was du willst, wir machen es auch. Da ging die Sonne am Abend mit zornrotem Gesicht unter und kam am nächsten Morgen nicht wieder. Sie feierte. Die Sonne ist wirklich fortgeblieben, meinten die Menschen und machten doch bedenkliche Gesichter. Nun wird es halt kalt werden, sagten sie, und rabenschwarze Nacht wird es auch am Tage sein. Nachts wird es helle, schrien die anderen, da scheint der gute alte Mond. Aber als es Nacht war, blieb es stück dunkel und auch der Mond schien zu feiern. Da gingen die Menschen zu den berühmtesten und gelehrtesten Sternkundigen und fragten, warum der Mond nicht scheine. Ja, meinten die, er kann nicht, denn wenn die Sonne nicht mehr Licht aussendet, so scheint auch der Mond nicht, denn er wird ja von der Sonne erleuchtet und strahlt nur das Sonnenlicht wieder. Gut, schimpften die Menschen, so soll er es lassen. Dann beleuchten wir die Städte mit unseren elektrischen Lampen und heizen mit Elektrizität. Und da heizten sie ihre Kessel mit Steinkohlen, setzten ihre mächtigen Dampfmaschinen in Gang und machten elektrischen Strom, der durch hunderttausend Lampen ging und Haus und Stadt erhellte. Aus den Steinkohlen machten sie auch Gas. Sie erhitzten sie in großen Kesseln, sodass das Gas aus ihnen entwich, leiteten es durch Röhren in alle Häuser und brannten es an. Da konnten sie sich an Gasöfen wärmen und auf Gasöfen kochen und sie lachten über die Sonne. Eines Tages aber waren die Steinkohlen aufgebraucht und da die Bergleute nicht für die anderen arbeiten wollten, sondern auch ihren Feiertag zu machen wünschten, er hörte das Wasser in den Kesseln auf zu kochen und die Maschinen standen still. Da gab es auch kein Gas, kein Licht und keine Wärme mehr und die Leute morden. Die anderen aber sagten, nur nicht verzagt, wir werden auch ohne die Sonne fertig. Haben wir keine Steinkohlen mehr, um unsere Maschinen zu treiben, so nehmen wir die Kräfte des Wassers Da haben wir wieder Licht und elektrische Wärme. Als die Menschen aber zu den Wasserfällen kamen, da floss kein Tropfen mehr hernieder. Nicht als ob das Wasser eingefroren war, nein, es war überhaupt keines mehr in den Wasserfällen. Da gingen sie zu den Gelehrten und sagten, erklärt uns, wie es kommt, dass die Wasserfälle versiegt sind. Waaah, sagten die Waisen Räte, das ist ganz einfach. Die Wasserfälle kommen von den Bergen herab, weil die Sonne hochdroben den Schnee und das Eis schmilzt und wieder zu Wasser macht. Da die Sonne nicht mehr scheint, so schmilzt auch das Eis und der Schnee nicht mehr und so kann es auch keine Wasserfälle geben. Auch der Regen, der in den Bergen niedergeht, rauscht in den Wasserfällen zu Tal. Da aber die Sonne kein Wasser mehr aus Flüssen und Meeren verdunstet, so steigt auch kein Wasserdunst mehr empor zu den Wolken. Es entstehen keine Regenwolken mehr und so gibt es auch kein Regen und keine Wasserfälle. Das alles hat die Sonne durch ihre Wärme in Gang gebracht, aber nun, wo sie feiert, ist es aus damit. Es sollte doch mit dem Teufel zugehen, meinten die Menschen, wenn wir uns von der Sonne unterkriegen lassen würden. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir benutzen den Wind. Der Wind treibt uns große Windmühlen und mit ihrer Kraft drehen wir uns Räder und elektrische Maschinen. Auf, lasst uns große Windmühlen bauen. Ach, du lieber Gott, meinten ärgerlich die Zimmerleute und die Schmiede, da geht die Arbeiterei ja schon wieder los. Aber die anderen entgegneten, das müsste nur kurze Zeit so sein, und wenn die Windmühlen erst fertig wären, könnten wieder alle feiern. Da bauten sie denn bei Tag und Nacht mächtige Windmühlenflügel und große Triebwerke und froren jämmerlich dabei, denn es wurde immer kälter auf Erden. Endlich war aber auch dieses Werk getan. Und nun brauchte nur noch Wind zu wehen. Dann drehten sich die großen Flügel, drehten sich mit ihnen die mächtigen Räder und elektrischen Maschinen und dann gab es wieder elektrische Kraft und Licht und Aber sie warteten und warteten doch es kam kein Wind. Kein Blättchen regte sich, kein Staubkörnchen wirbelte auf. Da gingen die Menschen wieder zu den Gelehrten und sagten, nun erklärt uns, wann endlich einmal Wind wehen wird. Die Weisen aber seufzten schwer. und rückten an ihren großen Brillen und endlich sagten sie, es wird überhaupt kein Wind mehr wehen, solange die Sonne nicht scheint. Denn die Sonne ist es, die den Wind und den Sturm macht. Sie erwärmt an manchen Gegenden die Luft mehr als an anderen. Da steigt die warme Luft empor, fließt von einem Erdort zum anderen und dieses Strömen der Luft, das, ja, das ist der Wind. Wenn die Luftmassen schnell dahin strömen, dann ist es Sturm, und wenn sie langsam ziehen, dann säuselt es nur so ein wenig in den Zweigen. Ja, dann nun die Sonne die Luft nicht mehr erwärmt, so strömt sie auch nicht mehr, und ihr habt eure Windmühlen umsonst gebaut. Ja, da schimpften die Menschen von früh bis abends und fuhren sich gegenseitig in ihrer Wut in die Haare. Aber davon, davon wollten die Windmühlen sich auch nicht drehen. Ihr müsst wieder hinabsteigen in die Groben und neue Kohlen aus dem Gestein herausschlagen, riefen die Leute den Bergarbeitern zu. Aber diese weigerten sich, denn sie wollten nicht schaffen, wenn die anderen feierten. Wir wollen aber nicht erfrieren, brüten die Menschen, und so gab es überall Aufruhr und Streit und blutige Köpfe. Die Leute holsten alle Wälder ab, um das Holz zu verbrennen und sich eine warme Suppe und eine warme Stube zu machen, aber viele erfroren bei dieser Arbeit im Freien. Es wurde immer kälter und kälter auf Erden und es war ein Leben wie am Nordpol. Die Tiere des Waldes verendeten vor Kälte, die Vögel fielen erfroren aus der Luft herunter, ihr Blut war zu Eis erstarrt. Der Erdboden war bis in die Tiefen hineingefroren und fest wie ein Felsen. Kein Pflug konnte ihn durchdringen. Tiefe, schaurige Dunkelheit lag über der Welt. Nur die fernen Sterne glitzerten aus der eiskalten Höhe auf die Unglückliche, von der Sonne verlassene Erde. Es wurde immer jammervoller mit den Menschen. Wir wollen wieder arbeiten, schrien sie, wir wollen wieder Licht und Wärme, Wolken und Wind, grüne Wälder und wogende Kornfelder, Vogelsang und Blumenduft. Wir wollen die Sonne wiederhaben im Blauen, die Sonne, welche die Menschen so froh macht und glücklich und reich. Die Anführer aber, die all das Glück angezettelt, alle Maschinen angehalten, alle Arme gelähmt hatten, die sich gegen die Sonne verschworen, widersetzten sich der Menge. Denn sie hatten noch Kohlen und viele gute Dinge für sich heimlich in Sicherheit gebracht und lebten herrlich und in Freuden in einer verborgenen Klause fern im Walde. Eines Tages aber ertrugen es die Menschen nicht länger. In ungeheuren Scharen zogen sie tief durch die Finsternis hinaus zu den Verschwörern, griffen sie und erschlugen sie auf der Stelle. Arbeiten wollen wir wieder und die Sonne soll wieder scheinen, so tönte ihr Rufen mächtig durch das Land. Als die Sonne das hörte, da erkannte sie, dass die Menschen wieder vernünftig geworden waren und mit heiterem Strahlenlächeln stieg sie in blendender Helle über dem Horizont empor und hüllte die Welt in ihren wärmenden Mantel. Die Menschen standen geblendet von der Helle und selber an Masse draußen und erwärmten die zitternden Glieder. Neues Leben huschte über die bleichen Gesichter und tausend Wunder vollbrachten die Sonnenstrahlen. Wunder auf die die Menschen früher gar nicht geachtet hatten. Sie lösten alle Quellen aus den Banden des Eises so, dass sie murmelnd dahinsprangen. Sie tauten Seen und Flüsse auf, ließen die Wellen des Meeres wieder ungehindert dahinrauschen und Fischer und Schiffer gingen ans Werk. Die Sonne erwärmte die Luftschichten, trieb sie durcheinander, der Wind wehte wieder. Die Mühlenflügel drehten sich wieder lustig im Kreise. Da wachten die Wasserfälle wieder auf, denn hoch von den Bergen kamen die Schmelzwasser nieder. Windmüller und Wassermüller rauchten wieder ihre Pfeifen und malten fröhlich ihr Mehl und Hinz und Kunz zogen tiefe Furchen mit dem Pflug in die erwärmte, dampfende Ackerscholle. Die Bäume setzten neue Knospen an, die Vögel, die die schwere Zeit überlebt hatten, kamen aus ihren Verstecken hervor, jubilierten in der Luft und droben zwischen den Wolken zog der Mond, der alte Kunde mit pfiffigem Gesicht. Frau Sonne aber lächelte mit runden Backen herab, wie eine gute, sorgende Mutter. Da fielen die Leute nieder auf die Knie und sang der Sonne ein Loblied, denn ihr Trotz war verflogen. Der alte Mond aber rauchte sich eine neue Wolkenpfeife an und sagte nachdenklich Ja, ja, Arbeit macht es Lebenslauf noch einmal so munter Froher geht die Sonne auf Froher geht sie unter Zwergenmützchen Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne und eine Tochter. Die Tochter liebte er sehr, aber die Söhne konnte er gar nicht leiden, war stets unzufrieden mit ihnen und machte ihnen das Leben sauer, denn sie konnten ihm nie etwas recht machen. Darüber waren die Brüder sehr bekümmert und wünschten sich weit weg von ihrem Vaterhause und saßen oft beisammen, klagend und seufzend und wussten nicht, was sie anfangen sollten. Eines Tages, als die drei Brüder auch so betrügt beisammen saßen, seufzte der eine von ihnen, ach, hätten wir nur ein Zwergenmützchen, da wäre uns allen geholfen. Was ist damit? fragte der eine von den anderen beiden Brüdern. Die Zwerge, die in den grünen Bergen wohnen, erläuterte der Bruder, haben Mützchen, die man auch Nebelkäpplein nennt, und damit kann man sich unsichtbar machen, wenn man sie selbst aufsetzt. Ach, das ist eine gar schöne Sache, liebe Brüder. Da kann man den Leuten aus dem Wege gehen, die nichts von einem wissen wollen, und von denen man nie ein gutes Wort empfängt. Man kann hingehen, wohin man will, nehmen, was man will, und niemand sieht einen, solange man mit dem Zwergenmützchen bedeckt ist. Aber wie gewinnt man ein solches rares Mützchen? fragte der dritte und jüngste Bruder. Die Zwerge, antwortete der Älteste, sind ein kleines, drolliges Völklein, das gern spielt. Da macht es ihnen große Freude, bisweilen ihre Mützchen in die Höhe zu werfen. Wupps, sind sie sichtbar, wupps, fangen sie das Mützchen wieder, setzen es auf und sind wieder unsichtbar. Nun braucht man nichts zu tun, als aufzupassen, wenn ein Zwerg sein Mützchen in die Höhe wirft. Und dann muss man den Zwerg rasch packen und das Mützchen geschwind selbst fangen. Da muss der Zwerg sichtbar bleiben, und man wird Herr der ganzen Zwergensipp schafft. Nun kann man entweder das Mützchen behalten und sich damit unsichtbar machen, oder von den Zwergen so viel dafür fordern, Leben lang genug hat. Denn die Zwerge haben Macht über das Metall in der Erde, kennen alle Geheimnisse und Wunderkräfte der Natur. Sie können auch durch ihre Lehren aus einem Dumm einen Klugen machen und aus dem faulsten Studenten einen hochgelehrten Professor, aus einem Babutius einen Doktor und aus einem Advokatenschreiber einen Minister. Brüder. Ei, das wäre, rief einer der Brüder. So gehe doch hin und verschaffe dir und uns solche Mützchen oder mindestens dir eins und hilf dann auch uns, dass wir von hier fort kommen. Ich will es tun, sagte der Älteste der Brüder und war auf dem Weg nach den grünen Bergen. Das war ein weiter Weg, und erst gegen Abend kam der gute Junge bei den Zwergenbergen an. Dort legte er sich in das grüne Gras an eine Stelle, wo im Grase die Kringelspuren von den Tänzen der Zwerge im Mondscheine sich zeigten. Und nach einer Weile sah schon einige der Zwerge ganz nah bei sich übereinander purzeln, Mützchen werfen und spaßige Kurzwald treiben. Bald fiel ein solches Mützchen neben ihm nieder. Schon haschte er danach, aber der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, war ungleich behänder als er. Er haschte sein Mützchen selbst und schrie, »Dibio, Dibio«. Auf diesen Ruf warf sich das ganze Heer der Zwerge auf den armen Knaben. Und es war, als wenn ein Haufen Ameisen um einen Käfer krabbelt. Er konnte sich der Menge nicht erwehren und musste es geschehen lassen, dass die Zwerge ihn gefangen nahmen und mit ihm tief hinab in ihre unterirdischen Wohnungen fuhren. Davon sie auch selbst unterirdisch heißen und genannt werden. Wie nun der älteste Bruder nicht wieder kam, so betrübte und bekümmerte das die beiden jüngeren Brüder gar sehr. Und auch der Tochter war es leid, denn sie war sanft und gut, und es betrübte sie oft, dass der Vater gegen ihre Brüder so hart und unfreundlich war und sie allein bevorzugte. Der alte Müller aber murrte, mag der Galgenstrick von einem Jungen beim Kuckuck sein, was kümmert's mich, ist ein unnützer Kostgänger und Fresssack weniger im Hause, wird schon wiederkommen, ist ans Brot gewöhnt, Unkraut verdirbt nichts. Aber Tag Tag um Tag verging und der Knabe kam nicht wieder und der Vater wurde gegen die beiden zurückgebliebenen immer mürrischer und härter. Da klagten die zwei Brüder oft gemeinsam und der Mittlere sprach, weißt du was Bruder, ich werde jetzt selbst nicht aufmachen und nach den grünen Bergen gehen, vielleicht erlange ich ein Zwergenmützchen, ich denke mir die Sache gar nicht anders als so. Unser Bruder hat solch ein Mützchen erlangt und ist damit in die weite Welt gegangen, erst sein Glück zu machen und darüber hat er uns vergessen. Ich komme gewiss wieder, wenn ich glücklich bin. Komme ich aber nicht wieder, so bin ich nicht glücklich gewesen und für diesen Fall lebe du wohl auf immer. Traurig trennten sich die Brüder und der Mittlere wanderte fort nach den grünen Bergen. Dort erging es ihm in allen Stücken genauso, wie es seinem Bruder ergangen war. Er sah die Zwerge, haschte nach einem Mützchen, aber der Zwerg war flinker als er, schrie Dibio, Dibio, und der helle Haufen der Unterirdischen stürzte sich auf ihn und über den Knaben, umstrickte ihn, dass er keinen Glied mehr regen konnte und führte ihn tief hinab in die unterirdische Wohnung. Mit der sehnsüchtigsten Ungeduld hatte der jüngste Bruder daheim in der Mühle auf des Bruders Wiederkehr. Aber vergebens, und er wurde dann sehr traurig, denn er wusste ja nun, dass sein mittlerer Bruder nicht glücklich gewesen war. Und die Schwester wurde auch traurig. Der Vater aber blieb gleichgültig und sagte nur, er hin ist hin, wem es daheim nicht gefällt, der wandere. Die Welt ist groß und weit. In meinem Hause hat der Zimmermann ein Loch gelassen. Wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, tanzt und bricht ein Bein. Laßt den Gig in die Welt nur laufen, was grämt ihr euch um den Schlucker. Ich bin froh, dass er mir aus den Augen ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Der jüngste Bruder hatte im Ertragen gemeinsam Leides bisher den Trost gefunden, den solches Ertragen gewährt. Als aber nun seine beiden Brüder fort waren, fand er seine Lage ganz unerträglich und sagte zu seiner Schwester, liebe Schwester, ich fort, und schwerlich werde ich wiederkommen, wenn es mir geht wie unseren Brüdern. Der Vater liebt mich einmal nicht und ich kann nichts dafür. Die Scheldworte, die früher auf uns drei niederfielen, fallen jetzt auf mich allein. Das ist mir denn doch eine zu schwere Last. Lebe du wohl und lass es dir gut ergehen. Die Schwester wollte ihren jüngsten Bruder erst nicht fortlassen, denn sie hatte ihn am allermeisten lieb. Allein er ging dennoch heimlich von dann und überlegte sich unterwegs recht genau, wie er es anfangen wollte, sich ein Zwergenmützchen zu verschaffen. Als er auf die grünen Berge kam, erkannte er bald an den grünen Kringeln im Grase den Ort der nächtlichen Zwergentänze und ihren Spiel- und Tummelplatz und er legte sich in der Dämmerung hin und wartete ab, bis die Zwerglein kamen, spielten, tanzten und Mützchen warfen. Eins derselben kam ihm ganz nah, warf sein Mützchen, aber der kluge Knabe griff nicht danach. Er dachte, ich habe ja Zeit, ich muss die Männlein erst recht sicher und kirre machen. Der Zwerg nahm sein Mützchen, das ganz nahe bei dem Knaben niedergefallen war, weder. Es dauerte gar nicht lange, so fiel ein zweites Mützchen neben ihn. Ei, dachte der Knabe, da regnet's Mützchen, griff aber nicht danach, bis endlich ein drittes ihm gar auf die Hand fiel. Wupps dich hielt das fest und sprang rasch empor. Dibio, Dibio, schrie laut der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, mit einer Stimme, die durch Mark und Bein drang, und da wimmelte das Zwergenvolk herbei, und wurde ihm der Knabe unsichtbar, weil er das Mützchen hatte, und es konnte ihm gar nichts anhaben. Und allesamt erhoben sie ein klägliches Jammern und ein Gewinsel um das Mützchen, er solle es doch um alles in der Welt wieder hergeben. Um alles in der Welt? fragte der kluge Knabe die Zwerge. Das wäre mir schon recht, aus dem Handel könnte etwas werden, will aber erst sehen und hören, worin euer Alles besteht. Vorerst frage ich, wo sind meine beiden Brüder? Die sind drunten, im Schoß des grünen Berges, antwortete der Zwerg, dem das Mützchen gehört hatte. Und was tun sie da? Sie dienen. So? Sie dienen? Und ihr dient nun mir. Auf, hinab zu meinen Brüdern, ihr Dienst ist aus und eurer fängt an. Da mussten die Unterirdischen dem irdischen Menschen gehorsam sein, weil er Macht über sie erlangt hatte durch das Mützchen. Welche Macht in und unter manchen Mützen und Mützchen steckt, ist ganz unbeschreiblich. Die bestürzten und bekümmerten Zwerglein führten nun ihren Gebiet an eine Stelle, wo sich eine Öffnung in den grünen Bergen befand. Die tat sich klingend auf und es ging rasch hinein und hinunter. Drunten waren herrliche und unermesslich weite Räume, große Hallen und kleine Zimmer und Kämmerchen. Je nach des Zwergenvolkes Bedar. Und nun verlangte der Knabe gleich, ehe er sich nach etwas anderem umsah, nach seinen Brüdern. Zwergen wurden herbeigebracht und der Jüngste sah, dass sie in Dienertracht gekleidet waren. Und sie riefen ihm wehmütig zu, ach, und du auch, lieber Bruder, unser Jüngster. So sind wir drei nun doch wieder beisammen, aber in der Gewalt dieser Unterirdischen und sehen immer mehr wieder das himmlische Licht, den grünen Wald und die goldenen Felder. Liebe Brüder, erwiderte der Jüngste, horret nur, ich vermeine, das Blättlein soll sich wohl wenden. Herrenkleider und Prunkgewande für meine Brüder und mich, herrschte er den Zwergen zu, hielt aber wohl weißlich das Mützchen in der Hand fest, als seinem Befehle augenblicklich gehorsamt wurde und das Umkleiden vor sich ging. Nun befall der Zwergengebiete eine Tafel mit auserlesenen Speisen und trefflichen Wein, dann Gesang und Seitenspiel, nebst Ballett und Pantomime, in welchen Künsten die Zwerge das ausgezeichnetste leisten, was einer nur sehen kann. Dann kostbare Betten zum Ausruhen, dann Illumination des ganzen unterirdischen Reiches, dann eine gläserne Kutsche mit prächtigen Pferden bespannt um in den grünen Bergen überall herumzufahren und alles Sehenswerte in Augenschein zu nehmen. Da fuhren die drei Brüder durch alle Edelsteingrotten und sahen die herrlichsten Wasserkünste, sahen die Metalle als Blumen blühen, silberne Lilien, goldene Sonnenblumen, kupferne Rosen und alles strahlte von Glanz und Pracht und Herrlichkeit. Dann begann der Gebieter die Unterhandlung mit den Zwergen über die Zurückgabe des Mützchens und er legte ihnen schwere Bedingungen auf. Erstens einen Trank aus den köstlichsten Heilkräutern, die mit allen ihren Kräften den Zwergen nur zu wohl bekannt sind, für seines Vaters krankes Herz, dass es sich umkehre und Liebe zu den drei Söhnen gewinne. Zweitens ein Brautschatz so reich wie für eine Königstochter, für die liebe Schwester. Drittens ein Wagen voller Edelsteine und Kunstgeräte, wie sie nur die Zwerge zu verfertigen verstehen. Ein Wagen voller gemünztem Geld, weil das Sprichwort sage, bares Geld lacht. Und die Brüder auch gern lachen wollten. Und endlich noch ein Wagen für die drei Brüder selbst, höchst bequem eingerichtet mit Glasfenstern. Und zu diesen drei Wagen alles Nötige, Kutscher, Pferde, Geschirre und Riemzeug. Die Zwerge wandten sich und krümmten sich bei diesen Forderungen und taten so erbärmlich, dass es einen Stein erbarmt haben würde, wenn ein Stein ein Menschenherz hätte. Es half ihnen aber all ihr Gewinsel nichts. Wenn ihr nicht wollt, sagte der Gebieter, so ist es mir auch recht, so bleiben wir da, es ist ja recht schön bei euch. »Ich nehme euch allesamt, wie ihr seid, euren Mützchen. Dann seht, was aus euch wird, wenn man euch sieht. Tot werdet ihr geschlagen, wo sich nur einer von euch blicken lässt. Noch mehr, ich fahre hinauf auf die Oberwelt und sammle Kröten, die geb ich euch dann, jedem eine, vorm Schlafengehen mit ins Bette. Und wie der Gebieter das Wort Kröten aussprach, stürzten alle Zwerge auf ihre Knie nieder und riefen, Gnade, Gnade, nur das nicht, um alles in der Welt, nur das nicht. Denn die Kröten sind der Zwerge, Abscheu und Tod. Ihr Toren, schallt der Gebieter. Ich verlange gar nicht alles in der Welt. Ich habe euch die aller bescheidenste Forderung gestellt. Ich könnte ja unendlich mehr verlangen. Allein ich bin ein Grund guter Knabe. Ich könnte ja alles nehmen und das Mützchen und die Herrschaft über euch fort und fort behalten, denn solange ich das Mützchen hätte, würde ich ja, das wisst ihr wohl, nicht sterben. Also, ihr wollt meine drei kleinen Bedingungen gewähren? Nicht? Ja, ja, hoher Herr und Gebieter, seufzten die Zwerglein und gingen ans Werk, alles Begehrte herbeizuschaffen und alle Gebote zu vollziehen. Der mein mein Augapfel, mein Liebling. Der Liebling aber saß dort und begann zu weinen. Weinst schon wieder, murrte der Alte. Denkst, ich soll denken, du weinst um deine Brüder? Um den Gauch weinst du, um den Liebhaber, der dich freien will, ist so leer und ausgebeutelt wie ein Mehlsack. Er hat nichts, du hast nichts, ich habe nichts, haben wir alle drei nichts. Willst du was klappern? Ich höre nichts. Die Mühle steht. Schlechter kann es nicht um eine Mühle stehen, als wenn sie steht. Ich kann nicht malen, du kannst nicht heiraten, oder wir halten Bettelmanns Hochzeit. Wie? Ja, solcherlei Reden hatte die Tochter täglich anzuhören und sie verging fast im stillen Leid. Da kamen eines schönes Morgens Wagen angefahren. Einer, zwei, drei und sie hielten vor der Mühle. Kleine Kutscher fuhren, kleine Lakaien sprangen vom Tritt und öffneten den Schlag des ersten Wagens. Drei junge hübsche Herren stiegen aus, fein gekleidet wie Prinzen. Dienerschaft wimmelte um die anderen Wagen. Lot ab, packte ab, schnallte ab, Kisten, Kasten, Kassetten, Toiletten, schwere Truhen und sie trugen alles in die Mühle. Stumm und staunend standen der Müller und seine Tochter. Guten Morgen, Vater, guten Morgen, Schwester, da wären wir wieder, riefen die drei Brüder. Und jene starrten sie verwundert an. Trink uns den Willkommen zu, lieber Vater, rief der Älteste, nahm aus seines Dieners Hand eine Flasche, schenkte einen überaus künstlich gearbeiteten Goldpokal voll edlen Trankes und hieß den Vater trinken. Dieser trank und gab den Pokal weiter und alle tranken. Dem Alten strömte Wärme in das Herz und die Wärme wurde zum Feuer, zum Feuer der Liebe. Er weinte und fiel seinen Söhnen in die Arme und küßte sie und segnete sie. Und da kam der Geliebte der Tochter und durfte auch mittrinken und auch küssen. Darüber fing vor Freude die Mühlräder, die so lange still gestanden hatten, an sich zu drehen. Um und um und um und um. Die Diamantene Mauer Es ist nun schon sehr lange her, da gab es noch keine Eisenbahn und die reichen Herren quälten die Leute, schlugen und misshandelten sie und fürchteten weder Gott noch den Teufel. Nur vor der Pest hatten sie Angst, denn die raste wie eine Furie durch die Welt. Und wo sie sich blicken ließ, da verließen sogar die reichsten Leute ihre Häuser und eilten davon wie gehetzte Hasen. Ein reichen Gutsherrn traf die Pest zu Hause an. Der Mann konnte sich mit seiner Frau retten, denn sie waren auf einen Baum geklettert und warteten dort ab, bis sie sich in ihrem Hause ausgetobt hatte. Die Pest hatte alle Kinder des Gutsbesitzers hinweggerafft. Der Gutsbesitzer und seine Frau grämten sich sehr und sie beerdigten ihre Kinder und lebten fortan in großer Trauer. Tage vergingen, Wochen und Monate, doch im Hause waren keine Kinderstimmen mehr zu vernehmen. Einmal kehrten der Gutsbesitzer und seine Frau vom Jahrmarktheim und erblickten sie im Straßengraben ein Kind. Wessen Junge ist das? fragte der Gutsherr die Leute. Seinen Vater und seine Mutter hat die Pest geholt. Und was macht das Kind im Graben? Es stirbt vor Hunger. Ich will mich seiner annehmen. Er setzte das Kind in die Kaläsche und fuhr nach Hause. Die Frau badete den Jungen, fütterte ihn und zog ihm schmucke Kleider an. Das Kind war nun gar lieblich anzusehen. Aber einige Jahre später wieder fuhr dem Jungen ein Unglück. Er blindete. Der Gutsbesitzer und seine Frau verfielen abermals in Trauer. Da sprach die Frau, wozu brauchen wir ein fremdes und obendrein noch blindes Kind? Vaternd soll es im Stall schlafen. Der Herr brachte es jedoch nicht fertig, den Jungen aus dem Hause zu vertreiben. Er richtete ihm in einer Ecke das Nachtlager her und fütterte ihn aus seiner alten Schüssel. Der Junge lief verwahrlost umher und niemand wollte mit ihm reden. Der Gutsherr hatte sich nun zu seinem Vergnügen ein Gewehr gekauft und ging damit auf die Jagd. Einmal geriet er in einen finsteren Wald. Wie vom Himmel gefallen stand plötzlich ein Hirsch vor ihm. Der Mann drückte ab, aber verfehlte das Ziel. Er schoss abermals vergeblich. Als er zum dritten Mal abdrückte, wandte sich der Hirsch zu ihm um, denn er hatte gar nicht die Absicht vor ihm zu fliehen. Da erzürnte der Mann. Er zielte noch einmal, doch es fiel kein Schuss, denn ein Teufel hielt sein Gewehr fest, ein anderer klammerte sich an seinen Arm und ein dritter an seinem Bein fest. Der Gutsherr stürzte zu Boden. Die Teufel ließen ihn nicht lange liegen, sondern schleppten ihn in die Hölle und warfen ihn dort in eine Grube. Den ganzen Tag übersaß nun der Mann in der Grube, den anderen auch, und am dritten Tag rief er die Teufel herbei. Lasst mich nach Hause gehen, meine Herren, denn meine Frau und mein blinder Junge sind bekümmert und weinen. Der oberste Teufel erwiderte, Ich lasse dich laufen, aber zuerst musst du deine Unterschrift und dein Siegel darunter setzen, dass du nun Zeit deines Lebens zu uns gehörst. Wenn zwei Wochen um sind, wird für deinem Haus ein furchtbares Gewitter donnern, da werde ich kommen, um dich zu holen. Wie es euch beliebt, gnädiger Herr, erwidert so kleinlaut der Mann, Ich setze meine Unterschrift und mein Siegel darunter, denn ich möchte so gern nach Hause. Der Teufel brachte das Schriftstück, eine Feder und ein Tintenfass. Der gut zersetzte, ohne zu lesen, was er darunter schrieb, seinen Namen darunter. Nach Hause zurückgekehrt, wandelte er mehrere Tage lang in seinem Haus und in seinem Garten umher und ging auf seinen Acker hinaus. Er konnte sich einfach nicht satt sehen. Doch alsbald versank er in Trübsinn. Eine fahle Blässe überzog sein Gesicht und er aß und trank nichts mehr und sah sehr mitgenommen aus. Warum bist du so traurig, mein Mann? fragte ihn die Frau. Wie soll ich nicht traurig sein, wo ich den Teufeln meine Unterschrift gegeben habe, dass ich in zwei Wochen für immer ihn gehöre. Ich bin der Pest entronnen, aber den Teufeln werde ich wohl nicht entgehen. Ich würde lieber sterben, als in die Hölle zurückzukehren. Rette mich doch, Frau. Die Frau schwieg. Sie rührte ihre Arbeit nicht mehr an, weil sie immer fort überlegte, wie ihrem Mann zu helfen war. Im Nu waren die zwei Wochen verstrichen. Der letzte Tag brach an. Der Mann ging gar nicht erst zu Bett, weil er wusste, dass er doch keinen Schlaf finden würde. Er saß auf einem Stuhl und klapperte vor Angst mit den Flänen. Plötzlich brauste, donnerte und heulte es draußen los. Ein schrecklicher Wirbelsturm kam auf, der das Dach des Hauses davon zu tragen drohte. Irgendjemand pochte ans Fenster und sprach, es ist an der Zeit, komm heraus. Da sagte das Weib zu seinem Mann, schick Ivanko hinaus, soll er doch nachsehen, ob der Wind nicht das Dach vom Stall abgerissen hat. Der Mann hatte begriffen. Er nahm den Jungen bei der Hand und führte ihn zur Tür. Lauf nachschauen, ob der Stall nicht offen steht. Sprach's und stieß den Jungen zur Tür hinaus. Der Sturm hob den Knaben wie ein Strohhelmchen empor und trug ihn davon. Eine Zeit lang flog Ivanko dicht unter den Wolken. In einem breiten Tal setzte ihn der Wind ab, verwandelte sich in einen Teufel und fragte den Jungen, bist du jener Herr, der uns seine Unterschrift gegeben hat? Nein, ich bin der blinde Ivanko. Der Herr hat mich im Straßengraben gefunden und sich meiner angenommen, doch seit ich blind bin, gibt mir die Herren kein menschenwürdiges Essen mehr. Erfolge mir, sprach der Teufel und führte den Jungen zu einem Brunnen. Er schöpfte eine Handvoll Wasser und spritzte es ihm in die Augen. Schau mal her, Junge! Ivanko riss die Augen auf und jauchzte. Ich kann wieder sehen, bin ich nicht mehr blind? Nein, aber dafür musst du uns dienen, krechzte der alte Teufel. Der Junge war sehr froh. Da führte ihn der Teufel in einen Stall und zeigte ihm drei Hengste. Dem Schwarzen sollst du jeden Tag als Futter drei Eimer glühende Kohlen geben und drei Peitschen Hebe versetzen. Der Weiße soll zwei Eimer glühende Kohlen und zwei Peitschniebe bekommen, der Graue, aber nur einen Eimer glühende Kohlen und weiter nichts. Der Teufel gab Ivanko eine Peitsche und ging mit ihm zu einem Brunnen, um den ringsherum allerlei Kräuter wucherten. Das Wasser schimmerte nur schwach hindurch. An diesen Brunnen tritt nur nicht heran und schöpf auch kein Wasser daraus. Tch, was sollte ich denn mit dem Wasser anfangen? entgegnete Ivanko gleichgültig. Danach traten sie an drei Kessel heran. Der Teufel klopfte mit einem Stock an den größten Kessel und sprach, hier musst du immer tüchtig Holz nachlegen, damit es ständig brodelt. Doch unter diesen beiden sollst du das Feuer nur ein wenig schüren. Unterstehe dich nicht zu ergründen, wer darin kocht. Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, mein Herr, ich mache alles so, wie ihr es befehlt. Der Teufel ließ den Jungen allein. In der Hölle herrscht eine solche Hitze, dass Ivanko vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Er verging fast vor quälendem Durst. Da trabte er zum Brunnen und schöpfte mit der Hand Wasser, um sich satt zu trinken. Als er die Hand heraus nahm, sah er, dass sie vergoldet war. Ei, was für ein Wunderding, dachte er und steckte den Kopf in den Brunnen. Auch der Kopf war golden. Er zog nun die Mütze tief in die Stirn und ging zu den Kesseln zurück. Im größten Kessel dampfte es nicht mehr. Der Junge legte Holz nach und setzte sich hin, um zu verschnaufen. Doch er fand keine Ruhe, denn die ganze Zeit juckte es ihn zu erfahren, wen die Teufel da kochten. Schließlich stellte er sich auf einen Holzstapel und guckte in den Kessel. Da zappelten in siedendem Pech sein Herr und seine Herrin. Sie hatten den Jungen erkannt und flehten ihn an, Ivanko, löscht das Feuer, denn uns fallen schon die Knochen auseinander. Was? Das Feuer soll ich löschen? Nie werde ich das tun. Warum müssen wir so furchtbar büßen, Ivanko? Weil ihr mich dem Teufel ausgeliefert habt. Wie lange müssen wir hier noch kochen? Bis ihr zerkocht seid. Ivanko legte Holz nach und ging zu den Hengsten. Im Stall fand er die Peitsche, schwang sie und knallte damit in der Luft. Der graue Hengst fragte, warum willst du uns schlagen? Ich weiß nicht, der oberste Teufel hat es befohlen. Höre nicht auf den Belzebub, Ivanko, schlag uns nicht, denn wir haben meine Seele wie du. Irgendwann wird der Teufel auch dich in ein Pferd verwandeln, mit glühenden Kohlen füttern und mit der Peitsche schlagen. Lass uns fliehen, schwing dich auf meinen Rücken und schon sind wir beide fort. Der Junge überlegte eine Weile und willigte ein. Zuerst musst du uns aber losbinden, denn auch die anderen Pferde sind alles rechtschaffene Leute. Ivanko band die Pferde los und ließ die ganze Herde aus dem Stall. Er stieg auf das graue Pferd, welches losstürmte, dass es in der Hölle dröhnte. Die anderen Pferde galoppierten hinterher. Wie von Sinn jagten sie durch Fluren und Wälder, durch Schluchten und über Berge. Der oberste Teufel hielt gerade sein Mittagsschläfchen. Ein fürchterliches Geschrei in der Hölle weckte ihn auf. Was ist los? erkundigte er sich. Die Pferde sind geflohen und zusammen mit ihnen auch der Blende Junge. Der Teufel sprang wie von der Tarantel gestochen von seinem Lager auf und nahm die Verfolgung auf. Wo er aufstampfte, bekam die Erde Risse. Ivanko brannten die Schultern vom Feueratem des Teufels. Er konnte den Schmerz nicht länger ertragen und sprach, Liebes Pferdchen, die Schultern brennen mir so sehr, der Teufel holt uns ein, was sollen wir tun? Keine Angst, Ivanko hält noch ein Weilchen durch. Hol aus meinem rechten Ohr zwei Handtücher heraus. Wenn sich der Teufel uns nähert, so wirf ihm eins davon an den Kopf. Als der Teufel schon ganz nah war, warf ihm Ivanko das Tuch entgegen. Es war aber kein gewöhnliches Handtuch, denn es wickelte sich um den Kopf des Teufels, so dass er über ein Stein stolperte und auf die Nase fiel. Geschwind fing er an, das Tuch loszuwickeln, doch das war nicht so leicht, denn es drehte und wandte sich wie eine Schlange. Endlich gelang es dem Teufel, das Tuch abzustreifen, doch sofort schlang es sich um seine Beine und verknüpfte sich zu einem Knoten. Der Teufel fiel abermals auf die Nase. Ehe er den Knoten löste, war Ivanko schon weit weg. Wie ein Besessener setzte ihm der Teufel nach, und wieder war ihm dicht auf den Fersen. Ivanko sprach, liebes Pferdchen, der Teufel versenkt mir schon die Schultern, was sollen wir tun? Wirf ihm das zweite Tuch entgegen. Der Teufel war schon ganz nah, als ihm Ivanko das zweite Handtuch entgegen warf. Wieder hatte der Belzebub seine Plage mit dem Tuch, es hatte ihm die Sicht genommen, so dass er sich wie besessen im Lehm und im Sumpf hin und her wälzte. Bald sah er wie ein schmutziges Ferkel aus. Verwut stampfte er mit den Füßen. Mit heraushängender Zunge setzte er den Flüchtlingen nach. Und wieder versenkte ein hellisches Feuer Ivankos Schultern. Der Junge schrie »Liebes Pferd, es brennt so stark, dass mir scheint, ich muss lebendigen Leibes verbrennen. Was sollen wir tun?« »O, laus meinem linken Ohr eine Peitsche heraus!« »Schon herausgeholt, Pferdchen!« »Würf sie dem Teufel zwischen die Beine!« Und das tat er auch. Oh, wie die Peitsche auf den Teuflein herschlug! Jener winselte laut, doch die Peitsche sauste immer wieder auf den Teufel nieder. Der Böse sah, dass gegen die Peitsche nicht anzukommen war, und rannte in die Hölle zurück, so schnell ihn die Beine trugen. Als weite reichte Ivanko die Hauptstadt. Das Pferd hielt, schnaubte und sprach, »Hier wollen wir uns trennen, Ivanko, reiß aus meiner Mähne drei Haare heraus. Wenn du in Not gerätst, dann streiche über ein Haar und dich eile herbei, um dir zu helfen. Das Pferd flog davon, Ivanko aber hielt die Haare fest in der Hand. Dann zog er los, um sich nach einer Arbeit umzusehen, denn er hatte großen Hunger bekommen. Aber wo er auch einkehrte, überall mieden ihn die Leute. Er ist nicht so wie alle, wie aus Gold. Am anderen Tag kam an einem riesigen königlichen Garten vorbei. Er sah dort den Gärtner, grüßte ihn mit einer tiefen Verbeugung und fragte, »Gibt es keine Arbeit für mich?« »Worauf verstehst du dich?« »Auf alles, was ihr nur sagt.« »Dann stutze die Bäume und Sträuche. Doch wehe, wenn sie eingehen, das würde dich den Kopf kosten.« Ivanko ging mit der Schere durch den Garten und stutzte die Bäume und Sträuche. In jenem Garten wuchsen drei Blumen, die die Prinzessin sehr gern hatte. Sie kam jeden Morgen und erfreute sich an deren Anblick. Nun geschah es, dass Ivanko diese drei Blumen dabei verletzte. Sie ließen ihre Köpfchen hängen und verweckten. Der Bursche wurde traurig. Abends fand er keine Ruhe und konnte nicht einschlafen. Wenn die Prinzessin erfährt, dass ihre Blumen verwelkt sind, reißt ihm der Gartner den Kopf ab. Er ging hinaus in den Hof und rieb das Pferde Haar. Im selben Augenblick kam das Pferd herbeigeflogen und fragte, was möchtest du, mein Freund? Ich bin in großer Not, liebes Pferdchen. Ich möchte, dass der Zaun, der den Königlichen Garten umgibt, morgen früh zu einer Diamantinnen Mauer wird. Es wird so sein, wie du befehlst. Geh nur ruhig schlafen. Das Pferd eilte davon und Ivanko fiel bald darauf in den Schlaf. In der Frühe erblickte er rings um den Königlichen Garten eine hohe Diamantinnen Mauer, die so sehr funkelte, dass man gar nicht hinschauen konnte. Der Gärtner ging an ihr entlang und traute seinen Augen nicht. Alsbald erschien noch die Prinzessin. Sie erblickte die Mauer und war so entzückt, dass sie ihre Blumen vollkommen vergaß. Wer hat diese Mauer gebaut? fragte sie den Gärtner. Der Gärtner verbeugte sich vor ihr und erwiderte das weiß ich nicht, frag mein Gehilfen. Man rief Ivanko herbei. Wie heißt du? fragte die Prinzessin. Ivanko, hast du diese Diamantene Mauer gebaut? Jawohl. Wie hast du das fertig gebracht? Ich weiß eine Kraft, die imstande ist, Diamantene Mauern zu errichten. Willst du mit mir spazieren gehen? lud ihn die Prinzessin ein. Das Mädchen hörte sein Herz schneller schlagen als gewöhnlich. Es hatte sich auf den ersten Blick in Ivanko verliebt, sodass es die Diamantene Mauer gar nicht mehr beachtete. Am nächsten Tag tat der König allen Leuten auf der Erde kund, dass sich seine einzige Tochter vermählen wollte. Derjenige, der den schönsten Blumenstrauß schenkt, der soll ihr Mann werden. Aus aller Welt trafen nun im königlichen Schloss die herrlichsten Blumenstrauße ein. Ivanko ließ den Kopf hängen. Auch er war in die junge Prinzessin verliebt. Er irrte im Garten umher und sehnte sich danach, dass sie wenigstens für ein Weilchen zu ihm käme. Endlich trafen sie sich. Die Prinzessin sprach, ohne deine Blumen wird es keine Hochzeit geben. Und ehe Ivanko etwas sagen konnte, war sie schon im Schloss verschwunden. Als es dämmerte, rieb Ivanko das zweite Haar. Das aschgraue Pferd kam herbeigeflogen. Was wünscht ihr, mein Freund? erkundigte es sich bei dem Jungen. Morgen früh möchte ich einen Blumenstrauß haben, wie man ihn zuvor noch nie auf der ganzen Welt gesehen hat. Mach dir keine Sorgen, es wird so sein, wie du befehlst. Geh und lege dich schlafen. Das Pferd flog davon und Ivanko begab sich zur Ruhe. Als er morgens erwachte, stand ein wunderschöner Strauß auf dem Tisch. Welche Blumen es da nur gab, weiße, gelbe, rote und blaue, die aller verschiedensten. Aber sie waren nicht von der Art wie die anderen Blumen. Sie strahlten solch ein klares Licht aus, wie es nur die Sonne hervorbringen kann. Ivanko trug den Strauß ins Schloss und legte ihn zu den anderen. Der König hatte nun verkünden lassen, dass sich alle, Blumensträuße geschickt hatten, am nächsten Tag im Schloss einfinden mögen. Ivanko verzagte, in welchen Kleidern sollte er vor die Herren treten? Da rieb er das dritte Haar. Das Aschgrau Pferd kam sofort herbeigeflogen. Mein Freund, was möchtest du? Ich bin in großer Not, liebes Pferdchen. Ich muss solche Kleider haben, wie sie nicht einmal die reichsten Prinzen besitzen. Sei nicht traurig, geh und leg dich schlafen. Morgen früh sollst du alles haben. Das Pferd flog davon. Ivanko hatte gut geschlafen und am anderen Morgen sah er auf der Bank die Kleider liegen, die er sich gewünscht hatte. Er zog sich rasch an und ging ins Schloss. Dort hatten sich bereits allerlei Könige, Prinzen und Fürsten eingefunden. Ivanko verbeugte sich vor dem König, der Königin und der Prinzessin. Dann trat er beiseite und wartete, was sich weiter ereignen würde. Der König hob sich vom Thron und sprach, liebe Gäste, nehmt eure Streuße, denn meine Tochter will sich ihren Beutigam aussuchen. Alle befolgten das Geheiß des Königs. Die Blumen der Könige, Fürsten und Prinzen waren schon ganz verwelkt. Nur Ivankos Strauß strahlte wie die Sonne. Er selbst war so schön anzusehen, dass es gar nicht zu beschreiben ist. Die Prinzessin ging auf die jungen Männer zu, die sich um ihre Gunst bewarben, besah sich deren Sträuße und schwieg. Dann schritt sie zu Ivanko und sprach, dieser Strauß gefällt mir am besten. Und noch am selben Tage wurde die Hochzeit gefeiert. Zu dieser Zeit war auch ich in der Hauptstadt des Königreichs. Das ganze Schloss dröhnte von der Musik und da kehrte ich ein, um das junge Paar zu beglückwünschen. Ich wurde an die Hochzeitstafel geladen und reichlich bewirtet. Warum? Tja, damit ich's den Leuten weitererzählen kann. Schlaf gut.